Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Heute gibt es wieder fünf Hörbuchmärchen, bei denen Heinrich Seidel der Verleger war. Es handelt sich um wunderbare Einschlafmärchen, die dich sehr sicher deinen Träumen näher bringen. Und wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Vom einfältigen Büblein von Else Gernet Ein reicher Bauer hatte drei Söhne. Zwei davon waren so klug, dass sie das Gras wachsen hörten, aber von Gestalt unansehnlich und schmächtig. Der Jüngste aber war stämmig und stark wie ein junger Baum. Aber so viel lernen tat er nicht. Wenn die beiden anderen über ihren Büchern saßen, dann kletterte er auf Bäume und über Zäune und jagte mit den wilden Fohlen um die Wette draußen auf der Weide. Als die drei Buben groß geworden waren, da wurde der Älteste ein Magister und der Zweite ein Doktor. Und der Magister war so klug, dass kein Mensch verstehen konnte, was er sagte. Und der Doktor war so gescheit, dass die Kranken sich fürchteten und gesund wurden, wenn sie ihn nur kommen sahen. Der Dritte aber, der Jüngste, blieb ein Bauer. Er konnte arbeiten wie ein Pferd und hielt Haus und Hof in Stand, und was er anfasste, das hatte Art. Weil er aber nicht viel aus Büchern gelernt hatte, erschien er neben seinen Brüdern, die gar so unmenschlich klug waren, dumm und unwissend, und man nannte ihn nur das einfältige Büblein. Nun war des Königs einzige wunderschöne Tochter erkrankt. Sie hatte beständig Sehnsucht und wusste aber nicht, wonach. Und sie sprach zu ihrem Vater, Ach, wenn ich nur einen einzigen Tag ohne Sehnsucht wäre! Der König ließ viele Ärzte kommen, aber ihre Kunst war vergebens. Da ließ er bekannt machen, wer es fertig brächte, dass die Prinzessin auch nur drei Tage lang ihre Sehnsucht vergäße, der solle sie zur Frau bekommen und das halbe Königreich als Mitgift obendrein. Da kamen Fürsten und Grafen, Ritter und Edelleute, Bürger und Bauern aus aller Herren Länder. Die brachten Perlen und köstlichstes Edelgestein, alle Schätze, die man sich nur denken kann. Aber die Prinzessin konnte doch über all den Herrlichkeiten ihre Sehnsucht nicht einen einzigen Tag vergessen. Der König von Aragonien legte ihr wunderherrliche Seidenstoffe zu Füßen. Sie aber sprach, Ach, was tue ich mit den Lappen? Der Prinz von Holland neigte sich vor ihr und sprach, Schönste Prinzessin, habt ihr vielleicht Sehnsucht nach Blumen? Die herrlichsten Tulpen und Hyazinthen auf dem Erdenrund leg ich euch zu Füßen. Es sind genug Blumen in des Königs Garten, erwiderte die Prinzessin. Behaltet eure Tulpen und Hyazinthen. Da sprach der Prinz betrübt, Ach, habt ihr denn vielleicht Sehnsucht nach holländischem Käse? Behüte, rief die Prinzessin, nehmt euren Käse nur wieder mit. Unzählige Ritter und Herren waren schon vergebens gekommen. Da meldete sich eines Tages der Magister. Waren die Ritter und Herren mit großem Gefolge, mit Rossen und Wagen gekommen, so wollte der Magister auch nicht wie ein Bettladerherz sehen. Da ließ er denn sieben Wagen voll Bücher hinter sich herfahren. Das waren alle Bücher, die er gelesen. Als er vor die Prinzessin geführt wurde, sprach er, indem er sich dreimal tief verneigte, Alleredelste und erhabenste Prinzessin, so ihr geruhen wollt, euch meiner Weisung zu fügen, so wollte ich euch bald geheilt haben. Ach, ihr scheint mir der Rechte, sprach die Königstochter und lachte. Doch lasst hören. Da neigte sich der Magister abermals, dreimal so tief er konnte, und fuhr fort. In den Büchern, die ich mitgebracht habe, steht alle Weisheit der Welt von Anbeginn bis heute. Wer diese Weisheit auswendig gelernt hat wie ich, der empfindet keine Sehnsucht mehr. Er empfindet überhaupt nichts mehr. Und das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Wenn die Prinzessin mir gestattet, sie zu unterrichten, so wird sie geheilt. Die Prinzessin antwortete, Ei, ei, mein Herr Magister, ihr sagt da seltsame Dinge, doch es soll geschehen, wie ihr begehrt. Ihr sollt mich unterrichten. Sie rief ihre Hofdamen. Die bildeten einen Kreis um ihren Thron. Dann winkte sie den Dienern. Die brachten ein goldenes Tischlein und einen goldenen Sessel für den Magister. Das Tischlein setzten sie vor die Prinzessin hin, den Stuhl so, dass der Magister ihr gegenüber saß. Dann schleppten sie die Bücher herbei und der Magister begann daraus vorzulesen. Anfangs wollte die Prinzessin sich halbtot lachen, denn der Magister kam ihr so sonderbar vor. Als er aber weiterlas, da sagte die Prinzessin, Puh, das ist aber gruselig ernstes Zeug, was ihr da lest. Seht, sagte sie zu ihren Hofdamen und streckte ihre weiße Hand aus. Ich habe schon eine Gänsehaut bekommen. Als aber der Magister ein Kapitel vorlas, in dem gesagt war, dass die Sehnsucht überhaupt nur Einbildung sei, dass es gar nichts auf der ganzen Welt gäbe, was wert sei, sich danach zu sehnen, da wurde die Prinzessin böse, stand auf und sagte, Dieser alberne Mensch hier behauptet, dass meine Krankheit nur Einbildung sei. Er hat mich beleidigt. Werft ihn ins Gefängnis. Ehe noch der bestürzte Magister wusste, wie ihm geschah, saß er schon im Gefängnis und alle seine Bücher wurden zu ihm geschleppt. Da saß er nun und konnte darüber nachdenken, dass es noch weit schwerer sei, eine Prinzessin zu unterrichten als gewöhnliche Menschen. Der Doktor hatte inzwischen gehört von dem Unglück, das seinem Bruder widerfahren war, aber er dachte, so klug wie du ist er eben doch nicht. Und er beschloss, auch sein Heil bei der Prinzessin zu versuchen. In seinen faltigen Mantel gehüllt, den Doktorhut auf dem Haupte, zog er ins Schloss. Er trug nichts bei sich als eine große goldene Kapsel. Als er vor die Prinzessin geführt wurde, sprach er, Ich allein weiß, wo es bei euch fehlt, erlauchte Prinzessin. Hier verneigte er sich tief. Der Sitz eurer Sehnsucht ist das Herz. Ja, das könnte wohl sein, meinte der alte König, der dabei stand, und nickte mit dem Kopfe. Und deshalb kann ich allein euch helfen, fuhr der Doktor fort. Seht her. Dabei öffnete er die goldene Kapsel, die er bei sich trug, und nahm ein Herz, ganz aus rötlichem Marmor mit blauen Geäste, wie ein richtiges Herz gefertigt, heraus. Dieses Herz hier könne keine Sehnsucht empfinden, sagte er. Deshalb wolle er das Herz der Prinzessin herausnehmen und ihr Diesherz, das er selbst gefertigt, dafür einsetzen. Da wurde die Prinzessin gar zornig, sprang auf und rief, Auf, werft ihnen den tiefsten Kerker, den Narren, der es wagt, mein königlich Herz um ein Steinherz tauschen zu wollen. Und ehe der kluge Doktor sich's versah, saß er im tiefsten Kerker bei Wasser und Brot und dachte darüber nach, dass es doch ein gar schwierig Ding sei, das Herz seiner Königstochter zu heilen. Die Prinzessin war schon ganz verzagt geworden, denn mit ihrer Krankheit wurde es alle Tage schlimmer und kein Retter nahte. Eines schönen Morgens aber, als die Königstochter eben ihr Haar ordnete, das wie ein schimmernder, goldfarbener Mantel um ihre Schultern hing, da klang vom Schlosshof her eine muntere Weise zu den Fenstern der Prinzessin herauf. Trara, trara, und Hufschlag tönte dazwischen. Geh und sieh, wer das ist, rief die Prinzessin ihrer Kammerfrau zu, aber sie wartete gar nicht erst ab, bis ihrem Befehl gehorcht war, sondern eilte selbst ans Fenster und schob den Vorhang ein wenig beiseite. Da sah sie, wie auf glänzendem Rappen ein wunderschöner Jüngling in den Schlosshof sprengte. Er war nicht gekleidet wie ein Ritter. Er trug ein Lederwams und auf seinen goldgelben Locken saß Kek die Mütze. Er war's, der die lustige Weise blies. Als er die Königstochter am Fenster erblickte, schwenkte er grüßend die Mütze und lachte sie an, wie der junge Morgen selbst. Das ist ein Kekker, Bursche, sprach die Prinzessin, aber sie war nicht böser. Gehte und fragt nach seinem Begehr. Der Bursche will nur der Prinzessin selbst sagen, was sein Begehr, sagte die Kammerfrau. Er soll warten, sprach die Prinzessin. Die Kammerfrau ging, kam zurück und erzählte. Der Bursche sagt, er sei ein Freigeborener, er wolle nicht draußen warten wie ein Knecht. Er ist der aber keck, sagte die Prinzessin. So führt ihnen das Vorgemach. Nicht lange und die Prinzessin schritt in den Thronsaal, setzte sich auf ihren goldenen Thron, winkte ihren Hofdamen und der fremde Jüngling ward hereingeführt. Die Prinzessin sah ihn an und es war ihr als Schiene die Sonne heute heller als sonst. So fröhlich ward ihr, als sie in seine lachenden Blauaugen sah. Da stand vor ihr, den sie das einfältige Büblei nannten, neigte sich tief und sagte, Heutseliges Königstöchterlein, ihr habt Sehnsucht und wisst nicht wonach. Wollt ihr drei Tage lang tun, was ich euch heiße, so geb ich euch meinen Kopf zum Pfand, dass ihr eure Sehnsucht die drei Tage lang nicht spüren sollt. Die Prinzessin sprach, dass ihr nicht zu viel versprecht, ich möchte euch beim Worte nehmen, doch sagt, was soll ich tun? Ihr sollt mir heute helfen, auf meinem Acker Kartoffeln ausmachen, sprach das einfältige Büblein. Da winkte die Prinzessin ihren Hofdamen und beriet sich mit ihnen, aber keine konnte ihr sagen, was es sei mit dem Kartoffelhacken, es war nie eine dabei gewesen. Gut, so will ich mit euch gehen, erwiderte die Prinzessin. Die beiden jüngsten Hofdamen sollen mich begleiten. Die kann ich nicht brauchen, die lasst zu Hause, sprach das einfältige Büblein. Das ginge aber nicht an, meinte die Hofmeisterin. Ja, meinte das Büblein, so müsste es aber sein, wenn die Heilung gelingen sollte. Die Prinzessin aber sagte, ich will mit euch auf den Acker gehen. Aber mit den feinen Kleidern, mit denen ihr angetan seid, geht das nicht, meinte der kühne Bursche, zog aus seiner Jagdtasche einen leiernden Bauernkittel und gab ihn der Prinzessin. Die warf ihn über, besah sich im Spiegel und wollte sich todlachen. Dann wurde ihr Pferd gebracht und sie ritt mit dem Bauernsohne nach dem Acker. Dort banden sie die Pferde an einen Weidenbaum und dann ging es an die Arbeit. Der junge Bauer zeigte der Prinzessin, wie sie die Hacke halten müsse. Anfangs wollte es gar nicht gehen, aber lustig war's doch und die Prinzessin besah von allen Seiten ihre feinen Hände, die kohlschwarz waren von der Erde und lachte. Als der Bursche schon den halben Acker geleert hatte, lag erst ein Dutzend Kartoffeln neben der Prinzessin. Da lachte auch er und sagte, nur immer rüstig zu. Der armen Prinzessin stand der Schweiß auf der Stirn, aber weil sie nicht wollte, dass der Bauernsohn sie verlachte, arbeitete sie weiter. Als es Mittag war, sprach ihr Gefährte, nun lasst uns essen. Er goss aus einem mitgebrachten Kruge saure Milch in eine Schüssel ein und reichte sie ihr und ein derbes Stück Schwarzbrot dazu. Der Prinzessin aber mundete die Mahlzeit so herrlich, wie noch keine im Königsschloss. Als sie gegessen hatte und satt war, meinte sie, sie müsse noch ein wenig ruhen. Da kam sie aber schön an. Nein, meinte der Bauer. Zum Ruhen sei erst Zeit, wenn die Sonne untergegangen wäre. Jetzt müsse sie noch fleißig arbeiten, denn der Acker müsse bestellt sein bis zum Abend und sie habe noch wenig genug getan. Das sah die Prinzessin auch ein und arbeitete weiter. Und nun ging's schon besser. Und als der Abend kam, da hatte sie ein Gutstück fertiggebracht und die Arbeit war beendet. Die zarte Königstochter aber war müde zum Sterben, als sie nach Hause ritten. Doch Sehnsucht hatte sie den ganzen Tag nicht gespürt. Am nächsten Morgen, als Trara, Trara, wieder im Schlosshof ertönte, da war die Prinzessin wieder munter und fühlte sich so wohl wie lange nicht. Das einfältige Büblein wartete aber heute gar nicht, sondern stand schon im Vorsaal, als die Kammerfrau ging, nach ihm zu sehen. Nicht lange und die Prinzessin kam, setzte sich auf ihren Thron, winkte den Hofdamen und sprach zu dem Jüngling, der eingetreten war, Was ist's, das ich heute tun soll? Sagt an, doch auf dem Acker arbeite ich heute nicht wieder. Das sollt ihr auch nicht, meinte das kecke Büblein. Ihr sollt heute mit mir die Schweinehüten draußen auf dem Felder. Die Schweinehüten? sprach die Prinzessin. Geht das wohl an? Und sie winkte ihren Hofdamen und beriet sich mit ihnen. Aber noch keine von ihnen war je dabei gewesen beim Schweinehüten und sie konnten ihr nicht raten. Der Hofmarschall aber, der dabei stand, meinte das ginge durchaus nicht, es sei denn, dass er, der Hofmarschall, mit dabei wäre. Nein, sprach das einfältige Büblein. Das geht nicht an, den kann ich nicht brauchen. Will die Prinzessin nicht mit mir fürlieb nehmen, so kann ich ihr nicht helfen. Da wurde die Prinzessin ganz nachdenklich. Dann aber sprach sie, so will ich denn heute mit euch die Schweinehüten. Schön, sprach das einfältige Büblein. Aber eure feinen Kleider lasst daheim. Da zog die Prinzessin den leinernen Kittel wieder an, bestieg ihr Pferd und ritt mit dem einfältigen Büblein hinaus aufs Feld zu den Schweinen. Anfangs fand die Prinzessin das Schweinehüten sehr lustig. Lachend rief sie den flinken Tieren nach und trieb sie zurück, wenn sie sich in des Nachbars Felder wagten. Die frische Morgenluft, der Duft der Wiese und die muntere Gesellschaft ihres Gefährten gefielen ihr gar wohl. Als aber die Sonne höher und höher stieg, da wurde die arme Prinzessin müde und war froh, als sie sich endlich neben den Gefährten auf das weiche Gras setzen durfte und mit wahrem Heißhunger aß sie den Käse und das trockene Schwarzbrot, das er ihr reichte. Als sie dann aber meinte, nun müsse sie ein wenig ruhen, da kam sie schön an. Nein, sprach das einfältige Büblein. Ihr müsst mir treulich helfen, allein kann ich die Schar nicht hüten und laufen sie in das Nachbarsfeld, so muss ich den Schaden tragen. Da musste denn die Prinzessin wieder den grunzenden Schweinen nacheilen und sie zurückjagen, wenn sie sich in das Nachbarsfeld wagten. Am Abend war sie todmüde und konnte sich kaum im Sattel halten, als sie heimritten, aber Sehnsucht hatte sie auch am zweiten Tag nicht gespürt. Der nächste Tag war ein Feiertag. Wieder erklang in der Frühe das lustige Trara, Trara vor den Fenstern der Königstochter. Sie war schon bereit, angetan mit einem Jagdkleid aus grünem Samt und ging dem einfältigen Büblein entgegen. Das neigte sich vor ihr und sah heute gar Schmuck aus in dem Seidenwams und als sie in seine lachenden Augen sah, ward ihr ganz froh ums Herz. Den abscheulichen Kittel ziehe ich heute aber nicht an, sprach sie trotzig. Das sollt ihr auch nicht, sprach der Jüngling. Was muss ich denn heute tun, fragte die Prinzessin. Heute sollt ihr mit mir durch Wiesen und Wälder streifen und zum Mittag mein Gast sein auf meines Vaters Hofer, sprach das einfältige Büblein. Das gefiel der Prinzessin wohl und so ritten sie zusammen hinaus in den lachenden Sommermorgen. Aber kaum hatten sie das Schloss im Rücken, da fing das einfältige Büblein an zu reiten so schnell, dass ihr der Atem fast verging. Husser, hopp, ging's über Gräben und Hecken und die Königstochter, die sich von dem Bauernsohne nicht beschämen lassen wollte, flog an seiner Seite dahin wie der Sturmwind. Endlich, es war schon fast Mittag, zügelte das einfältige Büblein sein Ross, fasste die Zügel der Prinzessin, lachte sie an mit den blitzenden Blauaugen und sprach, das war ein guter Ritt, da wird euch das mal munden an meiner Mutter Tisch. Mit fröhlichem Trara, Trara, zogen sie ein in dem stattlichen Bauernhof. Das einfältige Büblein half der Königstochter vom Pferde und führte sie an der Hand in das Wohngemach. Dort kam ihnen die alte Bäuerin entgegen. Das einfältige Büblein aber rief ihr zu, Seht, liebste Frau Mutter, wen führe ich herein, des Königs holzseliges Töchterlein. Da neigte sich die Bäuerin und ihr Mann dreimal tief vor des Königs Töchterlein und die Bäuerin sprach, Nehmt Führlieb mit dem, was wir euch bieten können. Der Prinzessin gefiel es gar wohl in dem schmucken Gemach mit den braun getäfelten Wänden, den bunt bemalten Gerät und dem großen Kachelofen. Das weiße, grobe Linnenzeug auf dem Tisch, das die Bäuerin selbst gesponnen und das spiegelblanke Zinnengeschirr düngte der Prinzessin einladender als alles Goldgeschirr und Silbergerät auf des Königstafel. Sie ließ sich die schwarze Suppe, das gebratene Huhn und den kühlen Wein vortrefflich Munden. Als sie gegessen hatten, führte das einfältige Büblein die Prinzessin in den Ställen, in den Kammern und Scheunen umher und sie freute sich, weil er alles so wohl bestellt hatte. Dann ritten sie miteinander durch Wiesen und Wälder, aber gemächlich, nicht wie am Morgen, und die Prinzessin lachte über die lustigen Geschichten, die ihr Gefährte erzählte. Könnt ihr Rätsel raten? fragte das einfältige Büblein. Lasst hören, sprach die Prinzessin. So ratet, es ist ein Ding, das sieht aus wie ein Ziegenbock und hat doch keine Hörner. Ei, rief die Prinzessin, das ist ein Zicklein. Falsch geraten, sprach das einfältige Büblein. Das ist euer Hofmarschall. Da lachte die Prinzessin und sprach, wenn das ein anderer gesagt hätte als ihr, so käme er ins Gefängnis, weil er meinen Hofmeister beleidigt. Bewahre, das wäre der Mühe wert, sprach der Kecke. Doch ratet, es ist ein Ding, sieht aus wie eine Zwiebel, doch ist es nicht so nützlich. Ei, sprach die Prinzessin, das ist der Kirchturm dort. Falsch geraten, sprach das einfältige Büblein, das ist die Hofmeisterin mit dem großen Reifrock und dem kleinen Kopf. Die Prinzessin lachte und sprach, hätte sein anderer gesagt als ihr, so müsst er es im tiefsten Kerker büßen, darum, dass er meine beste Freundin beleidigt. Behüte, wäre der Mühe wert, sprach das einfältige Büblein. Doch ratet, ich weiß einen großen Garten, stehen viele Blumen drin, doch sind's nur Tulpen, weiße, rote, gelbe und gesprengelte und wäre langweilig anzuschauen und duftete nicht, stünde nicht mitten inne die schönste Rose der Welt. Das könne sie nicht raten, meinte die Prinzessin. Die Tulpen sind eure Hofdamen und Herren, die Rose mitten inne seid ihr selbst holzseligstes Königstöchterlein, sprach das einfältige Büblein. Ihr seid ein Schalk, sprach die Prinzessin und lachte. Die Sonne neigte sich zum Untergang. Sie waren auf dem Heimwege und ritten durch einen dichten Wald. Da sprang eine Wildkatze von einem Baum auf die Prinzessin und legte ihre Tatzen auf ihre zarte Brust. Blitzschnell aber riss der Jüngling neben ihr den Dolch aus der Scheide, packte das Tier mit starkem Arm, befreite die Prinzessin und stieß der Katze mit den Dolch, dass sie wie vom Blitz getroffen herabfiel. Die Prinzessin dankte ihrem Retter tief bewegt. Sie fühlte sich gar wohl geborgen in seiner Nähe und sie dachte bei sich, dass sie den schönen Jüngling wohl zum Mann haben möchte, dessen Arme so stark und dessen Herz so mutig war. Als sie ans Schloss kamen, sank eben die Sonne hinter den Bergen. Da sprach die Königstochter zu ihrem Beschützer, Ihr habt mein Leben gerettet und euer Versprechen gehalten. Drei Tage lang habe ich nichts von Sehnsucht gewusst. Nun geht zum König und fordert euren Lohn. Hand in Hand schritten die Königstochter und das einfältige Büblein hinein zum König. Der sprach Habt Dank, mein königlich Wort will ich euch halten, denn ihr habt mein Kind geheilt. Das halbe Königreich ist euer und meine Tochter sollt ihr zum Weibe haben, wenn ihr sie begehrt. Ja, sprach das Gebüblein. Holt seliges Königstöchterlein, ich möchte euch gar gern mein Eigen nennen, doch habe ich zuvor drei Bedingungen. Da erschrak die Königstochter, denn sie hatte gehofft, dass er mit Freuden Ja sagen werde. Das einfältige Büblein aber sah sie an mit seinen lachenden Augen und sagte, Zum ersten mag ich nicht, dass ihr eure Hofdamen befragt, was ihr tun sollt, wenn ihr erst meine Frau seid, mich allein sollt ihr befragen. Da lachte die Prinzessin wieder und ward fröhlich in ihrem Herzen und sie sprach, euer Wille geschehe. Zweitens fuhr das einfältige Büblein fort, will ich nicht müßig sein, wenn ich erst König bin und ihr sollt auch nicht sein. Ja, sagte die Prinzessin, das wäre ihr schon recht, sie wolle wohl arbeiten, es müsse ja wohl nicht gerade Kartoffeln hacken und Schweinehüten sein. Drittens sollt ihr meine Brüder, den Magister und den Doktor so gleich freilassen. Da wunderte sich die Prinzessin über alle Maßen, dass sie seine Brüder wären. Das sind sonderbare Keuze, sprach sie, aber es ist wohl nicht der Mühe wert, sie für ihre Narre Tei so hart zu strafen und weil sie eure Brüder sind, sollen sie frei sein. Da wurden der Magister und der Doktor herbeigeführt. Der Magister wurde noch grüner als er schon war, als er den Bruder so vertraulich mit der Königstochter reden sah. Und der Doktor tat, als sehe er das einfältige Büblein gar nicht. Wollt ihr eine Anstellung bei Hofe? fragte die Prinzessin. Sie aber erwiderten, nein, in einem Lande, in dem das einfältige Büblein König ist, wollen wir nicht bleiben. Da lachte die Prinzessin und winkte ihnen, von die Hand und sprach, ihr sollt mein lieber Mann sein. Am anderen Tage wurde die Hochzeit gefeiert und das einfältige Büblein und die Königstochter lebten gar glücklich miteinander. Das einfältige Büblein wurde ein guter und kluger König und niemand nannte ihn mehr einfältig, denn er wusste, was seinen Untertanen frommte, bis hinab zum letzten Bauer und er und seine Frau Königin, die nie mehr von Sehnsucht wusste, hatten Arbeit und Freude ihr Leben lang. Von der Freude von Otto Gizell Der gute alte König war gestorben und alle, die ihn gekannt oder auch nur von ihm gehört hatten, weinten um ihn. Denn wenn jemand stirbt, dann weint man, besonders wenn es ein lieber alter König ist, der immer gut und weise für sein Volk gesorgt. Es war eine große, schöne Insel, wo er regiert hatte, und sein Schloss lag auf einem hohen Felsen dicht am Meerer. Starke Säulen standen da und trugen graue Mauern, hohe Fenster schauten weit über das Wasser und glühten, wenn die Sonne unterging, und auf dem Turm flatterte eine blaue Fahne. von fernen Ländern. Die Gärten waren voller Rosen und Efeu rangte über den Mauern. Laubgänge und dichte Hecken gab es, stille Teiche und tiefe Brunnen. Jeden Tag war der alte König da spazieren gegangen und das Volk konnte ihn sehen und wer ein Anliegen hatte, durfte durch das große goldene Gitter zu ihm hereinkommen und durfte auf den Wegen gehen, auch wenn sie gerade fein geharkt waren. Aber nun war der alte König tot und der junge König und alle seine Leute hatten ihn begraben. Nicht in der unterirdischen Halle mitten im Walde, wo alle die früheren Herrscher auf steinernen Thronen zusammensaßen, sondern in einer tiefen Gruft unter dem Schlosser. Es ging nämlich die Sage, dass die dort im Walde weiterlebten und dass der letzte Zeigte. Und von solchen Sachen mochte der junge König nichts wissen. Ich hatte wohl schon erzählt, dass das Volk sehr traurig war. Wo nur vom alten König gesprochen wurde, da weinte man, und alle sagten, so gut wie unter seiner Regierung würden sie es nie wieder haben. Die Alten mit den Weißen Bärten meinten sogar, er sei gar nicht tot, und brannten im Land ginge. Einige wollten ihn auch gesehen haben, als er an einem Feuer sich die Hände wärmte. Der junge König aber durfte davon nichts erfahren, sonst wurde er bitterböser. Denn er war dabei gewesen, als sein Vater starb, und er hatte ihn begraben und selbst die Tür zur Gruft geschlossen. Und er ließ die Glocken läuten, den ganzen Tag und auch die Nacht hindurch, damit alle es hörten, dass der alte König wirklich tot war. Nun begann ein strenges Regiment. Der alte König hatte so gern auf dem Söller seines Schlosses gesessen, denn von da aus konnte er beinahe die ganze Insel überblicken, die tiefen undurchdringlichen Wälder und die weiten Wiesen. Und wenn er sah, wie die Kinder mit den Tieren des Waldes spielten und wie die Alten vor ihren Hütten saßen und sich sonnten. Dann war er glücklich und fühlte sich recht wie ein Vater von ihnen ein. Aber der junge König fand, dass das so nicht weitergehen konnte. Sein Volk hatte noch gar nichts Rechtes geleistet und musste einmal ordentlich arbeiten. Und damit er selbst mit Das Königs Räte bekamen nun zu tun, mussten schreiben, bis sie Tintenfinger kriegten und es wurde ein Mann angestellt, der den ganzen Tag keine andere Beschäftigung hatte, als Federn zurecht zu schneiden. Da wurden Pläne entworfen und Berechnungen angestellt und der König rechnete selbst alles nach und wenn es nicht stimmte, diktierte er eine Strafarbeit. Eines Morgens gab es mitten im Walde, wo es ganz dunkel ist und niemals die Sonne hinkommt, ein lautes Krachen und als die Köhler des Waldes herbeiliefen, um zu sehen, was das sein mochte, da prasselte es und große Äste kamen brechend herunter und sie mussten schnell aus dem Wege springen, damit sie nicht totgeschlagen würden. Denn eine große Eiche fiel zu Boden und der Fremde Männer standen dabei, mit Sägen und blanken Beilen und sagten, hier solle eine Sägemühle gebaut werden und der ganze Wald müsse abgehauen werden. Da erschraken sie alle sehr, aber keiner wagte etwas dagegen zu sagen, denn sie wussten, wie streng der König war. Monatelang hörte man nun nichts anderes als das Kreischen der Sägen und das Schlagen der Beiler und die Vögel wussten nicht mehr, wo sie ihre Nester bauen sollten und alle Blumen wurden zertreten. Die großen Hirsche und die kleinen Rehe wurden vertrieben und viele flinke Eichhörnchen mussten ihr Leben lassen. Und was das Schlimmste war, alle Köhler und alle Jäger, die dort im Walde wohnten, mussten selbst mithelfen, die Bäume zu fällen. Nach einem Jahr stand die Sägemühlen und ihr Kreischen und Knarren war lauter als die Brandung des Meeres. Aber das war nur der Anfang. Denn die fremden Männer mussten irgendwo wohnen und darum bauten sie sich Häuser. Und dann mussten sie doch etwas zu essen haben. Und da? Ja, das war nun freilich eine schlimme Geschichte. Denn bei dem Häuser bauen wurden die Felder zertreten, auf denen das Getreide wuchs. Und weil der Wald nicht mehr da war und das Korn vor dem Winde schützte, lag es nun ganz da nieder und der Staub von Kalk und Ziegeln legte sich darüber und es gab eine schlechte Ernte. Da mussten also Schiffe gerüstet werden, um von anderen Inseln Getreide und Lebensmittel herüber zu holen. Und um Schiffe zu bauen, wurde nun bezahlt werden. Die Schiffe segelten nun hinaus und waren bis oben hin mit Holz beladen und nach Wochen und Monaten kamen sie zurück und brachten Getreide. Da hatten sie nun zu essen und hatten an dem Holz noch obendrein einen hübschen Batzen Geld verdient. Aber es kamen wilde Stürmer und graue Wolken und Regen und Güscht hüllten die Insel wie in einen nassen Sack. Riesige grüne Wogen spielten Fangball mit den Schiffen und die wussten gar nicht mehr wo sie waren und konnten den Hafen nicht finden. Und es geschah oft, dass sie auf scharfe Klippen stießen und jämmerlich zugrunde gingen. Dann warteten sie auf der Insel und warteten, aber das Schiff kam nicht, denn es war längst zerbrochen. Bis eines Tages irgendwo Planken ist natürlich mit der Angst und keiner wollte sich mehr hinaustrauen aufs Wasser. Aber der König wusste Rat. Dicke Fässer mit Pech ließ er hinaus bringen nach dem Turm, wo der alte König immer so behaglich gesessen hatte. Und jetzt brannte in jeder Nacht dort oben ein helles Feuer und es saß immer einer dabei und musste aufpassen, dass es nicht ausging. Da sahen die Schiffer nun schon von weitem, wo die Insel war und wo es in den Hafen ging. Der König wusste überhaupt immer Rat. Einmal gab es einen furchtbaren Sturm, der von Norden kam und eine ganze Woche lang über die Insel fegte. Und das Meer brüllte dazu und rannte den Strand hinauf, warf sich in das Land hinein, brauste über die Felder und spülte Da befahl der König, dass die, welche einen Spaden hatten und den hatten sie ja alle kommen sollten, um zu helfen. Und da wurde ein Deich gebaut, ein breiter hoher Damm, über den das Meer nicht hinweg konnte und wenn es noch so wütend war. Das war freilich eine harte Arbeit und kostete auch viel Geld. Aber es war gut, dass der Deich gebaut wurde, denn einige Jahre später kam wieder eine Sturmflut und die war schlimmer als die erste und hätte gewiss noch viel mehr Schaden angerichtet. Aber da stand nun der Deich wie eine feste Mauer. Man brauchte gar keine Angst zu haben, konnte in der warmen Stube bleiben und noch ein paar Scheite in den Kamin werfen, dass es dann so recht prasselte und krachte. Und das taten sie auch und feierten ein Fest. Und es ging hoch her dabei und sie tranken auf die Gesundheit des Königs. Das muss überhaupt nun gesagt werden, dass sie dahinter kamen, was es eigentlich für ein kluger und starker König war, den sie hatten. Denn früher gab es ja auch satt zu essen, Erbsen und Speck und Braunbier, aber jetzt hatten sie jeden Tag Fleisch und und darin häuften sich harte Thaler. Ja, sie sahen ein, dass fleißig sein Geld ins Haus bringt. Aber nun kommt das Schlimme. Sie dachten nämlich nur noch an das Geld. Dass sie hier zu wenig verlangt hätten und dort mehr verdienen wollten, dass sie neue Häuser für ihre Waren bauen wollten und dass die Schiffe ihnen im nächsten Jahr noch mehr Geld einbringen sollten als vergaßen Feiertag und Sonntag. Ach, nicht nur die Sonntager, alles andere vergaßen sie darüber. Sie dachten nicht mehr an ihren alten König, sie lachten nicht mehr, wenn die Sonne schien und jubelten nicht mehr, wenn der Himmel blau war und die bunten Blumen auf den Wiesen sahen sie überhaupt nicht mehr. Nun ist die Sonne gewiss recht gutmütig und scheint noch lange, dienen vor und lässt sich nicht mehr blicken. Und so machte sie's auch bei den Leuten auf der Insel. Der blaue Himmel und das blaue Wasser hatten nur darauf gewartet und taten es ihr nach und die Blumen wurden vor Ärger ganz blass und grämten sich zu Tode und starben. Und nun sah es bei allem Reichtum doch sehr traurig auf der Insel aus. Dicker die Gesichter alle so mürrisch und verstimmt. Grießgrämig und hastig liefen sie durch die Straßen und man sah es ihnen an, dass sie auch nicht eine Minute Zeit hatten, sondern schnell viel Geld verdienen mussten. Dem König war es aber gerade so recht. Er sah, dass aus den Dörfern große Städte wurden mit Speichern und Lagerhäusern und dass der Hafen voller Schiffe lag, die kaum noch alle hinein gingen und er freute sich, denn so hatte er es gewollt. Die Jahre gingen hin und die blinkenden Thaler häuften sich, aber die Thaler waren auch das Einzige, was noch glänzte, denn die Gesichter waren brummig und voller Runzeln und Falten und die Sonne kam überhaupt nicht mehr zum Vorschein. Einmal versuchte sie es noch, so um die doch mal jemand zu ihr hinauf guckte und sich freute über ihr helles Licht. Aber sie kam schön an damit, denn unter den vielen Menschen war nur ein Einziger, der sie beachtete und er zog die Gardine vor, weil das Licht ihn blendete, denn er schrieb gerade eine Rechnung. Da ließ es die Sonne nun bleiben. Die ganze Insel wurde grau wie Chaussée Staub und Eigentlich bildeten die Menschen sich ein, sie wären sehr glücklich und sie merkten gar nicht, dass ihnen irgendetwas fehlte. Nun muss ich aber genau erzählen, denn manchmal merkten sie es nämlich doch. Das war so um die Zeit, wenn der Tag zu Ende ging, man aber die Lampe noch nicht recht anstecken konnte. Dann saßen sie in der Wohnstube und ruhten ein Weilchen aus und überlegten sich, wie reich sie waren. Und wenn sie da so saßen und in Gedanken zählten, da ging manchmal ein leises Klingen durch das Haus, ein leises, trauriges Klingen und keiner wusste, woher es kam. Vielleicht von der verstaubten Hafe, auf der Großmutter gespielt hatte, als sie noch jung war, die aber nun in der Ecke stand und von keinem mehr angesehen wurde? Oder war es das Lachen, das schon so lange auf den Wänden schlief und wie im Traum sich regte? Jedenfalls wurden sie ganz traurig davon. Ja, sie merkten mit einem Male, dass es eigentlich ein trauriges Leben war, welches sie führten. Und eines Tages gingen sie zum König. Nicht gerade alle, aber doch ein paar von ihnen, auf die der König gern hörte, wenn Da sagte der Älteste, sie hätten eine Bitte und der König möchte ihnen doch helfen, wie er das bisher immer getan hätte. Da nickte der König und sagte, das werde er gern tun und sie wüssten hoffentlich, dass er immer nur ihr Bestes wolle. Da verneigten sich alle ganz tief und der Älteste fing an, die Bitte vorzutragen. Sie hätten nun gearbeitet, Tag und Nacht, viele Jahre hindurch und wären reich geworden und besessen große Schiffe und Silberbarren und seidene Kleider. Aber eines hätten sie darüber ganz vergessen. Seit der alte König gestorben, hätten sie nicht ein einziges Mal gelacht, wüssten auch gar nicht, wie man das eigentlich machte. Nur eine dunkle Erinnerung hätten sie, dass es schöner aussehe, als eine ganze Truhe voller Thaler. Und nun möchten sie das Lachen so gerne wieder haben und ob der König es ihnen nicht geben könnte. Der König richtete sich stolz auf und sprach, Ihr seid fleißig gewesen und habt gezeigt, was arbeitsame Hände leisten können. Darum sollt ihr auch euren Lohn haben. Und dann berief er seine Räte und veranstaltete ein großes Fest. Das wurde nun ein Fest, kann ich euch sagen. So etwas Prächtiges hatten sie alle noch nicht gesehen. Der König bewirtete sein Volk. Sie aßen von silbernen und goldenen Tellern die auserlesensten Speisen und tranken aus großen Pokalen feurigen Wein. Und der König saß oben an im Purpur-Mantel und neben ihm die Königin in weißer gold gestickter Seide. Und als es Abend wurde, flammte der Garten auf von Hunderten von Fackeln und brennende Kugeln flogen in die Luft und zersprangen in schimmernde Blitzer und sprühende Garben von Feuer sausten zum Himmel, wurden rot und dann blau und dann strahlend weiß, bis sie mit einem Male erloschen und von der schwarzen Nacht gleichsam verschluckt wurden. Und dazu tuteten die Hörner, schmetterten die Trompeten und jubilierten die Geigen. Dann war es plötzlich still und die Musik schwieg und der Garten war stockfinster. Und mit einem Male krachte ein Kanonenschuss und hundert andere krachten hinterher und das Feuer rasselte in die Höhe und das Licht brauste geradezu über die ganze Insel. Und auf dem Balkon stand der König in goldner Rüstung und warf Goldstücke unter das Volk und lachte. Da fing das und zu brüllen und sie schoben und drängten sich und brüllten wie sie nur konnten. Das nannten sie Lachen und da hatten sie also ihr Lachen nun wieder. Aber am nächsten Morgen in der Frühe als alle noch von dem Feste träumten und von den Goldstücken die es geregnet hatte und von dem brüllenden Lachen das den Garten erschüttert hatte da schlich einer hinein zum König und hatte Tränen in den Augen. Es war schlimm, dass dieser eine gerade des Königs junger Sohn war und der König erschrak, als er ihn sah. War das alles, was du ihnen geben konntest? sagte er schluchzend zum Vater. Der König wurde böse, denn er hatte es sich ein gutes Stück Geld kosten lassen und in dem Goldhaufen in seiner Schatzkammer war ein großes Loch. Was willst du noch mehr? fragte er. Habe ich ihnen ihr Lachen nicht wiedergegeben? Ja, sie haben gebrüllt vor Lachen, aber es war kein glückliches Lachen. Es war keine Sonne da und du musstest Fackeln anstecken lassen und blauer Himmel war auch nicht da und du ließest blaue Leuchtkugeln in die Luft werfen, damit man glaube, es sei der Himmel. Klingendes Gold hast du ihnen gegeben, aber kein klingendes Lachen. Der König zuckte die Achseln. Es fehlte die Freude, sagte der Sohn. Da wandte sich der König ab, denn er wusste nicht, was das war. Der arme König wusste ja nicht, wie schön die Welt war, wenn die Sonne vom blauen Himmel herunter lachte, wenn die grünen Wiesen glänzten und die Vögel zwitscherten. Er hatte sich nie den Abhang hinunter gekugelt oder in duftenden Heuhaufen Kobolds geschlagen. Und der junge Königssohn ging hinaus, denn er sah, dass sein Vater dem Volke die Freude nicht geben konnte. Aber er wusste, dass sein Volk nicht eher glücklicher sein würde, als bis es die Freude hatte. Und weil er sein Volk liebte, machte er sich auf, um die Freude zu suchen. Und er ging den ganzen Tag. Schwarzer Dunst hüllte ihn ein und grauer Nebel drängte sich um ihn herum und der Himmel weinte und hätte ihm so gern geholfen. Wie er am Abend zu dem Schlosse des alten Königs kam, da war er so müde und konnte nicht weiter und setzte sich auf einen Felsen am Meer. Die Augen fielen ihm beinahe zu, so müde war er, aber er dachte immer nur daran, wo er die Freude wohl finden konnte. Und nun war es schon beinahe dunkel und bald wurde wohl die Fackel entzündet, welche den Schiff an den Weg weisen sollte. Da hörte er plötzlich ein Rauschen. Er dachte, das möchte eine Welle sein, die sich zur Abendruhe niederlegte. Aber das Rauschen wurde stärker und immer stärker. Und da stand er auf und blickte nach dem Meere hinaus. Da sah er ein seltsames Schiff mit goldenem Schnabel und großen Segeln von dunkelblauer Seider. Es wiegte und wogte auf den Wellen und das blasse Licht der untergehenden Sonne goss einen goldenen Schimmer über die hohen Masten. Und es glitt näher und ein weicher süßer Duft von Blumen kam herüber und dann legte es an und er ging hinüber und er fragte Was ist das für ein Schiff? und eine Stimme antwortete Das Schiff der Träumer Und wohin fährt es? Nach dem Lande der Freude Da setzte er sich auf ein seidenes Ruhebett und machte die Augen zu Denn er war den ganzen Tag gelaufen und da durfte er nun gewiss ein Weilchen schlafen und das Schiff fuhr hinaus in das dunkle Meer Als er wachte fand er sich in einem großen Garten Da standen tausende von Blumen die er noch nie gesehen hatte rote blaue violette gelbe weiße alle durcheinander er musste lachen so lustig sahen sie aus die schienen lebendig zu sein wie er sie spielten und tanzten flüsterten miteinander und nickten sich zu und ein Duft streichelte seine Wangen so süß und weich und doch so stark dass er sich gar nicht aufrichten konnte er sank auf den Rasen zurück und sah zum Himmel hinauf tief blau leuchtete er und war so klar und rein wie er nie etwas gesehen und und dann flimmerte etwas goldenes da drüben und eine wohlige wärme kam von dort herüber das war aber als er zusehen wollte was es war musste er schnell die Augen abwenden vor all dem blendenden glanz der vor ihm schimmerte ob das wohl die sonne war und er drehte sich herum und sah nach der anderen seite aber da war wieder ein flimmern wie lauter silber das ging auseinander und wieder zusammen hüpfte und sprang und darunter lag eine endlose blaue fläche die sich dehnte und ganz da hinten den himmel berührte das war das mehr und um ihn herum Blumen nichts als Blumen Hecken mit Sträucher mit Blumen und dazwischen ein paar schmale Wege und auf denen mochte wohl manchmal jemand gehen oder waren sie für die bunten Schmetterlinge die sich auf den Blumen wiegten nein denn da kam eine junge Frau langsam durch den Garten daher schön war sie und trug ein weißes Kleid sie wusste wohl dass er da lag denn sie kam gerade auf ihn zu und rief seinen male alle Vögel an zu singen und alle Blumen läuteten und das Meer rauschte da stand er auf und ging zu ihr ist dies das Land der Freude sie nickte ich bin die Freude und dies ist mein Garten all die Blumen die du siehst sind meine Kinder und ich schicke sie zu den Menschen damit sie ihnen von mir erzählen da wurde der junge Königssohn sehr froh und er sagte ihr dass es daheim keine Freude mehr gebe und dass er ausgezogen sei sie zu suchen ich weiß erwiderte sie du saßest am Meere und sehntest dich nach meinen Blumen darum sandte ich dir das Schiff der Träumer dass du zu mir kämpst lässt du alle Menschen in diesen Garten hinein keinen denn dieser tausend Blumen duft ist viel zu stark als dass ihn die Menschen ertrügen aber ich schicke ihnen Blumen heute diese und morgen andere mein Schiff trägt sie hinüber nach den großen Ländern und den fernen Inseln warum schickst du uns keine Blumen früher kamen meine Schiffe auch zu euch und brachten viele Blumen hinüber aber ihr wolltet sie nicht mehr haben sie verdorren bei euch und kommen um nur der soll Freude haben der sich danach sehnt und ich dich habe ich herüber kommen lassen damit du dir deine Blumen holst hier nimm dir so viel du willst und er wollte sich schon bücken um von den Blumen zu pflücken aber da fiel ihm ein dass er sich gelobt hatte auch seinem Volke die Freude zu bringen darf ich auch für die anderen Blumen mitnehmen fragte er sie schüttelte den Kopf sie wollen keine haben und ich sagte dir ja nur der soll Freude haben der sich danach sehnt da wurde der junge Königssohn traurig trotzdem dass Rosen und Feilchen Hyazinthen und Aurikeln in seinen Händen lagen und er bat ob sie es nicht doch erlauben wolle aber sie schüttelte den Kopf da bot er ihr Gold und Silber denn damit hatte er daheim immer alles kaufen können aber sie schüttelte den Kopf da wollte er ihr den Thron geben den er bekommen würde wenn sein Vater starb aber sie schüttelte den Kopf und er fing an zu weinen und schallt sie ungerecht denn vielleicht seien auf der Insel doch zwei oder drei die sich nach Freude sehnten und warum sollte er die Freude haben wenn die zwei oder drei nichts davon abkriegten und er bettelte richtig um die Blumen und sagte alles was er ihr geben könne solle sie bekommen sie möchte ihm nur die Blumen mit geben und alle Blumen neigten sich tief vor ihr und baten mit ihm da lächelte sie nun gut ich will euch wieder Blumen schicken aber du musst mir dein Herz dafür geben da lachte der junge Königssohn denn nun hatte er erreicht was er wollte und er nahm sein Herz heraus und gab es ihr sie hüllte es in weiche Rosenblätter und legte es in eine Glaskugel gehe in deine Heimat sagte sie und nimm diese Kugel mit dir weil dein Herz darin ist wirst du von jedem der sie berührt wissen was seines Herzen liebster Wunsch ist und wenn du einen gefunden der sich die Freude wünscht so wirft die Kugel in die Luft sie wird als Bote zu mir kommen und dann werde ich euch wieder Blumen schicken und als sie das gesagt hatte rauschte das Schiff an den Strand er nahm die Kugel und wollte ihr danken aber sie war verschwunden und nur die tausend Blumen nickten ihm zu und klangen wie lauter Glocken da ging er hinüber und der Wind blies in die blauen Segel und brachte das Schiff nach seiner Heimat mit Stolz und Freude kam der Königssohn zu seinem Vater und berührte ihn unbemerkt mit der Kugel bist du wieder zurück fragte der König hast du eingesehen dass man nur glücklich sein kann wenn man mächtig ist da erschrak der Königssohn denn er wusste dass sein Vater nichts anderes sich wünschte als Macht und betrübt ging er hinaus im Vorzimmer traf er einen der Räte gerade den der immer so viel zu schreiben hatte er ging schnell auf ihn zu und sprach ihn an der wünschte sich doch gewiss ein wenig Freude wenn er den ganzen Tag im Zimmer sitzen und Akten schreiben aber kaum hatte die Kugel den Arm des alten Mannes gestreift da bat er ob der Königssohn nicht ein gutes Wort für ihn ein legen wolle dass sein Vater ihn zum Minister mache da ging er auf die Straße den ersten besten den er traf hielt er an der riss den Hut herunter und verneigte sich tief denn es war doch eine große Ehre dass der Königssohn mit ihm sprach aber als er nun fragte wie es ihm gehe und ob er gar keinen Wunsch hätte da fing der Mann an zu jammern es seien schlechte Zeiten wenn er nur wenigstens sein Holz teuer verkaufen könne dann möchte es vielleicht noch gehen aber da wurde der Königssohn sehr traurig war denn keiner der sich die Freude wünschte wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen Freude war und er zog wieder durch das Land aber er fand keinen der eine wünschte sich mehr Geld der andere ein neues Haus dieser hoffte auf einen Erben für seine Schätzer jener begehrte den Tod aber keiner sehnte sich nach Freude da gab er die Hoffnung auf auf einem Stein saß er an der Straße und betrachtete die Kugel so gern hätte er sein Herz nun wieder gehabt aber es war fest eingeschlossen und er konnte es nicht heraus nehmen so sehr er sich auch müde die Kugel zu öffnen da kam ein kleiner Junge des Weges und als er die bunte Kugel sah blieb er vor ihr stehen und von dahinten kamen noch mehr Jungen und von drüben kamen kleine Mädchen die Schule war nämlich gerade zu Ende und weil da das war das der sich ansah und da blieben sie alle vor dem jungen Königs so stehen und der erste kleine Junge sah sich die bunte Kugel an von links nach rechts und alle anderen Jungen sahen sie sich an und als die Mädchen auch zugucken wollten wurden sie weggeschubst aber etwas kriegten sie doch noch davon ab da nahm der kleine Junge die Kugel in die Hand und wollte mit ihr spielen das soll eine Freude geben schrie er und dann warf er die Kugel in die Luft und ließ sie springen und die Kugel tanzte und all die kleinen Jungen und all die kleinen Mädchen jauchzten vor Vergnügen da hatte der junge Königssohn nun doch gefunden was er suchte und er lachte oh ihr könnt euch und plötzlich zerrissen die Wolken und die Sonne kam hervor und die Kugel tanzte auf und nieder und flimmerte in dem goldenen Licht und die Kinder jubelten und mit einem Male war die Kugel weg mitten in den blauen Himmel hinein war sie geflogen der Frosch mit dem Edelstein im Kopf von Gräfin Valesca Betusi Hook mitten im Walde lag eine Wiese und inmitten der Wiese war ein Sumpf mit braunen Wasserlachen und alten Weidenknorren am Rande das war das Reich des Froschkönigs in den Main Nächten wenn der Mond wie eine rote Kugel über dem Walde aufstieg hatten die Frösche großes Konzert der Jägerlehrling der vorüberging sagte das ist ja ein schreckliches Gequake er verstand es eben nicht besser der Froschkönig wusste dass seine Untertanen sehr gute Sänger waren und dass er sogar einige Künstler ersten Ranges darunter hatte darum saß er auch jeden Abend mit der Königin und dem Kronprinzen auf dem größten Weidenknorren und hörte den Gesängen der Frösche zu und dabei sahen er und die Königin immer abwechselnd den Kronprinzen an denn sie warteten darauf dass er etwas sagen und seine Meinung äußern würde ein paar mal machte er auch sein großes Maul das seine Mutter wunderschön fand weit auf aber er sagte nicht einmal Quark er gähnte ganz einfach und plötzlich machte er einen Satz und sprang ins Wasser er ist so originell sagte die Froschkönigin er ist anders als alle anderen Frösche er ist durch und durch bedeutend ja er widerte der Froschkönig und ich denke auch daran ihn noch bei meinen Lebzeiten zu meinem Nachfolger zu machen denn ich bin alt und das Regieren macht mir alle Frösche auf der Welt werden dich dafür preisen denn je jünger ein so bedeutender Frosch wie unser Sohn zur Regierung kommt umso besser wird es für unser Reich und darum auch für die ganze Welt sein einen König der einen Edelstein im Kopf hat den hat es noch nicht gegeben der alte Froschkönig seufzte ja ich habe keinen Edelstein im Kopf denn es passiert nur alle 500 Jahre einmal dass ein Frosch einen Edelstein im Kopf trägt und da mein Sohn ihn hat konnte ich ihn nicht haben das ist klar eigentlich hätte er seine Frau gern gefragt woher sie denn wisse dass der Prinz den Edelstein hatte aber es kam ihm immer vor als ob er sich mit dieser Frage etwas vergeben würde und deshalb unterließ er sie schon als der Froschprinz Jahre her dass der letzte Frosch mit einem Edelstein im Kopf gelebt hatte und dann hatten es die Minister Frauen erfahren die Minister waren zur feierlichen Gratulationskur gekommen und der König hatte ein Volksfest gegeben bei dem es allen Fröschen im ganzen Reich verkündet wurde der Kronprinz hat einen Edelstein im Kopf und nun wussten es alle und als der Prinz aufhörte eine Kaulquappe zu sein erfuhr er es auch er trug den Kopf so hoch wie ein Frosch den Kopf nur tragen kann es ist auch keine Kleinigkeit wenn man das Bewusstsein hat etwas zu besitzen das nur alle 500 Jahre einmal verliehen wird aber trotzdem langweilte der Prinz sich oft ganz abscheulich und dagegen kannte er nur ein Mittel er besuchte den kleinen grünen Frosch der auf der anderen Seite des Sumpfes wohnte und der sein Jugendgespiele war als er so unversehen in das Wasser gesprungen war hatte er gerade wieder Sehnsucht nach dem kleinen grünen Frosch bekommen und da er sich niemals irgendeinen Zwang antat so war er zu ihm geschwommen der grüne Frosch aber war nicht zu Hause der Prinz musste warten und seine Laune wurde dadurch noch schlechter als sie ohne schrie der Prinz ihn an ich komme beinahe um vor Langeweile und du hüpfst spazieren wenn du dich langweilst solltest du einmal mit mir ein Stückchen in die weite Welt hinaus wandern sagte der grüne Frosch da gibt es allerlei zu sehen und zu hören Unsinn quakte der Prinz die weite Welt ist nur der Rahmen für unseren Sumpf und ich kann meine Zeit nicht damit verlieren dass ich mich mit etwas so nebensächlichem wie deine weite Welt befasse oh meinte der grüne Frosch ich habe schon manchmal gedacht dass unsere Gefährten sich irren vielleicht ist unser Sumpf gar nicht der Mittelpunkt der Welt und alles andere nur Rahmen dafür gewöhnlich unterhielt es den Prinzen wenn der grüne Frosch solche Absonderlichkeiten redete aber heute stand ihm die Laune nicht danach schweig still schrie er du redest puren Hochverrat und ich müsste dich eigentlich wegen gemeingefährlicher Gedanken anzeigen aber ich will dir noch einmal gnädig verzeihen wenn du versprichst solche verbotenen Gedanken nie wieder zu haben wir und unser Sumpf wir sind der Mittelpunkt der Welt Punkt um und dann habe ich noch einen anderen Grund zur Unzufriedenheit dir leuchten die Augen so dass es grässlich anzusehen ist das musst du sein Möglichstes tun würde und der Prinz fuhr unzufrieden fort ja du musst dir das entschieden abgewöhnen denn neulich hat die jüngste Ministerfrau gesagt deine Augen seien so merkwürdig dass man glauben könnte du hättest auch einen Edelstein im Kopf der durch deine Augen hervorleuchtete das muss ich mir aber ernstlich verbitten denn den Edelstein habe ich wie du weißt und er kommt nur aber die jüngste Ministerfrau spricht manchmal mehr als sie verantworten kann wenn meine Augen heute zu glänzend waren so kommt es wohl daher dass ich eine große Freude gehabt habe was quakte der Prinz und das sagst du mir erst jetzt ich langweile mich zum sterben und du erlebst eine Freude und erzählst sie mir nicht einmal du wolltest von der weiten Welt nicht zören und die Freude hatte ich doch da draußen nun erzähle endlich was hast du erlebt und der grüne frosch erzählte auf der anderen seite des weides stehen büsche von wilden rosen mit vielen lichten rosa blüten dort wohnt eine prinzessin die ist nicht viel größer als wir und trägt ein einfaches braunes kleid aber sie hat flüge sie fliegt von einem rosenbusch zum anderen und hoch hinauf wohl bald bis in den himmel das schönste aber ihr ist dass sie singen kann das kann ich auch wenn ich will rief der froschprinz aber der grüne frosch erzählte weiter sie singt so wundersam wie ich es noch nie vorher gehört habe das Herz wird einem weit und froh dabei und als sie aufhörte da habe ich sie gebeten sing noch einmal da hat sie mir zugenickt und hat weiter gesungen ja das hat sie getan und das hat mich glücklich gemacht denn das zweite mal hat sie nur für mich gesungen dem Prinzen tat es nun eigentlich leid dass er gesagt hatte er wolle nicht in die weite Welt hinaus da es nun einmal geschehen war sagte er du bist ein schwärmer und das singen wird wohl nicht schöner nützen einem flügel ein paar ordentliche schwimmhäute sind mir da schon lieber und nun will ich zurück zu meinen eltern das unken solo hat schon angefangen da ist das konzert bald zu ende und mein vater hat gesagt dass er mich noch in einer wichtigen Angelegenheit sprechen wollte ja unser eine hat immer irgendetwas wichtiges vor damit sprang der Froschprinz wieder ins Wasser denn er fand Eltern ankam war das Konzert gerade zu Ende und König und Königin zogen sich in ihr Privatsumpfloch zurück du kannst uns begleiten sagte der König zu seinem Sohne ich habe noch mit dir zu sprechen und da sagte er ihm dass der Prinz fort an König sein und regieren solle während das alte Königspaar in ein Anzug Sumpfloch das schon lange für diesen Zweck hergerichtet worden war übersiedeln wollte ich habe einen Edelstein im Kopf folglich ist es auch ganz natürlich und selbstverständlich dass ich schon bei Lebzeiten meines Vaters König werde ja eigentlich ist mein Vater auch geradezu verpflichtet mir die Regierung zu übergeben so dachte der Prinz und darum bedankte er sich auch nicht erst lange sondern sagte ja es ist gut und damit war es gut er macht eben alles anders als andere Frösche er ist sehr bedeutend und sehr originell bemerkte seine Mutter und der alte König sagte gar nichts und kroch in sein Sumpfloch der Prinz aber stieg auf die äußerste Spitze des Weidenknorrens unter dem er wohnte sah über den Sumpf hin und dachte jetzt ist das mein Reich der Himmel mit den Sternen und der Wald mit den Bäumen das ist alles nur meine Umgebung ja jetzt bin ich der Mittelpunkt der Welt und jetzt muss ich etwas sehr Bedeutendes tun aber so große Lust er auch dazu hatte es wollte ihm nichts einfallen plötzlich dachte er daran dass ein König doch zuallererst eine Königin haben müsste der Gedanke gefiel ihm so gut dass er einen Sprung von dem Weidenknorren bis in das Wasser machte da die Frösche aber ohnehin kaltes Blut haben kühlte ihn das gar nicht ab und ebenso aufgeregt wie er von dem Weidenknorren hinabgesprungen war kroch er wieder hinauf ja eine Königin muss ich haben eine Königin muss ich ganz gewiss haben sagte er sich immer wieder er dachte an alle Frosch Fräulein die er kannte ja er dachte sogar an die Minister Frauen denn für einen König gab es keine Hindernisse aber sie kamen ihm alle so alltäglich vor es war so gar nichts besonderes dabei wenn er eine von ihnen heiratete und er war doch etwas besonderes er hatte einen Edelstein im Kopf und hätte von Rechts wegen von seiner künftigen Frau etwas ähnliches verlangen können und da es unter den Fröschen so etwas nicht gab fiel ihm plötzlich die fliegende Edelstein in der Kehle das Herz schlug dem Prinzen so stark dass man es durch seinen braunen Leib hätte sehen können wenn einer da gewesen wäre um das zu beobachten er war aber ganz allein da und auf das Herz legte er keinen Wert er dachte nur nein wie bin ich klug und was habe ich für großartige Gedanken auf so etwas wäre kein anderer verfallen als ich und ich muss die Prinzessin mit den Flügeln haben er schwamm gleich hinüber zu seinem freunde dem grünen frosch um es ihm zu sagen aber der war wieder nicht zu hause da ärgerte der prinz sich so sehr dass er ganz müde davon wurde und einschlief beim ersten morgengrauen weckte ihn der grüne frosch was sehe ich mein prinz rief er du bist hier zu dieser stunde und wartest auf mich der prinz ermunterte sich schnell du hoffnungsloser herumtreiber schrie er ich werde dich anbinden lassen damit du nicht immer davon läufst denn von heute ab übernehme ich die regierung und kann tun was ich will verzeih nur bat der grüne frosch ich war wieder bei den rosenbüschen und habe der prinzessin zugehört denn desnacht singt sie vergaß er seinen zorn wegen der prinzessin bin ich eben zu dir gekommen sagte er du musst mich zu ihr führen so schnell wie möglich das geht jetzt nicht denn jetzt schläft sie sagte der grüne frosch aber nach sonnenaufgang nach sonnenaufgang habe ich keine zeit da will der könig mir seine krone aufsetzen ja du kannst mich von nun an schon majestät nennen und hast dich könig befiehlt das muss unter allen umständen geschehen der grüne frosch verneigte sich wieder sehr tief und sagte ich will der erste sein der eurer majestät huldigt aber den schlaf der prinzessin dürfen wir doch nicht stören in diesem augenblick tönten unkenrufe über den sumpf hin und ein rot goldener schein flammte über dem walde auf na da haben wir es rief belegenheiten aber ich werde das gründlich nachholen damit ruderte er davon dem weiden knorren zu der als könig schloss eingerichtet war und auf dem schon das alte königs paar saß das heute zum letzten male kronen auf den köpfen trug und zu dem die frösche nun von allen seiten her beieilten während die unken sich so anstrengten dass es wie feierliches glocken leuten über den sumpf hintönte mit großer pracht und feierlichkeit wurde der prinz nun von dem könige gekrönt und die königin war die erste die laut rief hoch lebe könig bickerax der erste da schrien alle frösche was sie konnten und der junge könig verneigte sich hultvoll nach allen seiten hin und sagte meine lieben untertanen ich ergreife die züge der regierung mit großem vergnügen denn ich habe wie ihr ja wisst einen edelstein im kopfe und alles andere wird sich finden da schrien alle frösche wieder hoch 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 und die schönsten frosch fräulein bekränzten den thron mit gelben ringel blumen und blauen vergiss mein nicht das alte königspaar weinte einige tränen und umarmte den sohn und dann führte der junge könig seine mutter zur krönungstafel und der alte könig setzte sich auf seine andere seite und ließ es sich schmecken die pagen servierten fliegenbraten à la mont morancie mückenpasteten à la reine und die unken läuteten wieder was sie konnten der ganze tag verging mit essen reden halten tanzen und wieder essen und erst am abend konnte der junge könig den grünen frosch zu sich rufen lassen ich ernenne dich zu meinem kammerherrn sagte der könig zu ihm und nun wollen wir uns gleich auf die reise machen und die prinzessin besehen aber wir reisen ganz inkognito und ich verpflichte dich zu größter verschwiegenheit der grüne frosch bedankte sich für den kammerherrn und versprach die verschwiegenheit aber es war ihm dabei nicht gut zumute denn er betrachtete die prinzessin wie eine art heilige und es kam ihm wie eine entweihung vor dass er seinen alten spielkameraden zu ihr bringen sollte der zwar nun sein könig geworden war den er aber doch seine angebeteten prinzessin nicht ebenbürtig fand doch er hütete sich wohl das zu sagen und der König ließ auch nichts von seinen weiteren plänen verlauten und so machten sie sich zusammen auf den Weg in die weite Welt ich habe nicht geglaubt dass die Welt so groß und der Wald so lang ist sagte der König als sie ein Stück gewandert waren ja man muss Geduld haben wenn man in die weite Welt zieht meinte der grüne Frosch ich weiß aber nicht wozu mein Königreich so eine breite Einfassung braucht sagte der König halb so breit wäre auch genug ja man wird recht bescheiden wenn man in die weite Welt zieht erwiderte der grüne Frosch denn man merkt bald dass man so vieles nicht weiß natürlich spreche ich bloß von meinen eigenen Erfahrungen eure Majestät mag das ganz anders erscheinen ach lass die Majestät jetzt weg rief der König der sich in dem fremden Wald fürchtete wir reisen doch hier als Kameraden je weiter aber der Weg war umso freundlicher wurde der König denn umso mehr fürchtete er sich plötzlich blieb der grüne Frosch stehen heuch rief er heuch da hörte der König einen süßen seltsamen Klang wie er ähnliches nie vernommen hatte und das klang nicht von unten herauf wie der Gesang der Frösche sondern es kam von oben herab als fielen die Töne vom Himmel das ist sie flüsterte der grüne Frosch vor ihnen lichtete sich der Wald es schimmerte weiß und hell zwischen den Bäumen was ist das fragte der König ist dort die Welt zu Ende nein dort stehen große Bäume die sind ganz voll weißer Blüten und der Mond scheint darauf da ist Salz leuchteten sie Der König machte seine Augen noch runder als sie ohnehin waren sie sprangen ihm förmlich aus dem Kopf heraus vor Bewunderung über die seltsamen Dinge die er dazu hören und zu sehen bekam dort dort sind die Rosenbüsche und darin wohnt die Prinzessin sagte der grüne Frosch da verstummte der Gesang und ein liebliches Stimmchen rief aus den Zweigen herab bist du da kleiner grüner heute will ich dir etwas besonders schönes vorsingen du musst mich ihr vorstellen klüsterte der König der wusste was ich schickte sag aber zunächst bloß dass du einen Freund mitgebracht hast das tat der grüne Frosch und da kam die Prinzessin Nachtigall ganz dicht herangeflogen setzte sich auf einen blühenden Rosenzweig über den beiden Fröschen und sah sie mit klaren Augen an dein Freund ist aber nicht grün wie du der ist ja fast so braun wie ich zwitscherte sie ja rief nun der König der diese Bemerkung für eine besondere Liebenswürdigkeit hielt ich bin so braun wie sie und wir haben wahrscheinlich noch andere ähnlichkeiten ich habe nämlich einen Edelstein im Kopf und nachdem ich sie singen gehört habe bin ich überzeugt sie haben einen in der Kehle Königin machen der grüne frosch war so erschrocken über die unerhörte kühnheit des Königs dass er ganz platt am Boden lag und dachte das Herz müsste ihm still stehen aber die Prinzessin Nachtigall flog schnell auf einen höheren Ast hinauf und sang ich lebe frei in Flur und Hain muss frei in Lüften schweben und sollte ich auch Königin sein im Sumpf kann ich nicht leben nein im Sumpf kann sie nicht leben wiederholte der grüne Frosch der sich von seinem Schrecken etwas erholt hatte aber der König wurde sehr böse was ist denn das für ein zimperliches Gehabe schrie er warum sollen sie denn nicht im Sumpf leben können es ist sehr schön bei uns im Sumpf fräulein Prinzessin mir gefällt es sehr gut und einen Mann mit einem Edelstein im Kopf kriegen sie gewiss nicht mehr aber die Nachtigall war weit in die blühenden Kirschen hineingeflogen und sang dort ihr Lied ganz unbekümmert um den zornigen Froschkönig der sagte dass er sich nun erst recht in den Kopf gesetzt habe die Prinzessin zur Frau zu bekommen und als der Grüne ihm Vorstellungen machen wollte wurde er so böse wie er es sich nur irgend leisten konnte da der große Wald doch noch vor ihm lag durch den er hindurch musste um nach Hause zu kommen denn nach Hause musste er zunächst da er sich von der Prinzessin nicht auslachen lassen wollte und da er jedoch nicht nachfliegen konnte so sagte er also fürs erste sei es nun genug ich habe die Erfahrung gemacht dass Reisen wirklich außerordentlich bilde und das sei doch immerhin etwas während des ganzen Heimweges aber spann er Pläne wie er seine Werbung um die Prinzessin fortsetzen könnte du musst wieder hin und ihr Vorstellungen machen sagt er endlich zu dem Grünen aber der wollte davon nichts wissen da drohte der König ihn ins Gefängnis setzen zu lassen wenn er seinen Willen nicht erfülle und nun musste der grüne Frosch doch noch einmal zur Prinzessin zurück nachdem er den König glücklich bis zur Wiese die den Sumpf umschloss gebracht hatte diesmal blieb er sehr lange weg denn erst wollte die Prinzessin ihn nicht anhören nie und nimmer würde sie seine Frau sagte sie dann fing sie an über den Froschkönig zu lachen und endlich sang sie dem kleinen Grünen vor so schön wie noch nie so dass er ganz überglücklich und doch auch ganz tief traurig dabei wurde ach wenn ich doch niemals in den Sumpf zurück müsste seufzte er da er aber einmal ein Frosch war so gehörte er in sich seiner Heimat näherte sah er viele Frösche am Waldrande sitzen und als er sie erreicht hatte bemerkte er dass sie Kletterübungen an den Bäumen und Sträuchern machten was tut ihr denn da fragte er er erstaunt da sagten sie ihm der König habe diese Übungen befohlen und habe Preise für die besten Kletterer ausgesetzt wenn wir noch acht Tage so weiter üben sind da erschrak der kleine Grüne denn er ahnte dass es sich um einen Anschlag des Königs handelte die Prinzessin Nachtigall in seine Gewalt zu bekommen gerade als er noch mit dem Frosch Major sprach kam der König um sich die Übungen seiner Truppen anzusehen da bist du endlich und führst private Unterhaltungen anstatt mir sofort Nachrichten zu bringen rief er unwillig als er den kleinen Grünen bemerkte komm auf der Stelle her und sage mir Bescheid wenn der Bescheid gut wäre wäre ich zu dir gekommen sagte der grüne Frosch da nahm ihn der König beiseite und ließ sich genau berichten der kleine Grüne kleidete die Ablehnung der Prinzessin in die schönsten Worte ein aber der König wurde doch sehr böse und schrie nun will ich sie erst recht und ich werde sie schon bekommen dir aber Freund Grüner dir traue ich nicht mehr und damit du sie nicht etwa warnst werde ich dich ins Gefängnis setzen lassen und du bekommst deine Freiheit erst wieder wenn ich die Prinzessin habe auf den Wink des Königs kamen sogleich ein paar Frosch Gendarmen und sperrten den grünen Frosch ein und der König setzte eine Schildwache vor das Gefängnis der König aber wusste nicht dass es gerade ein guter Freund von dem kleinen Grünen war den er ihm vor die Tür gestellt hatte denn der grüne Frosch hatte sehr viele gute Freunde weil er jeden gern einen Dienst erwies wenn sich die Gelegenheit dazu bot und weil er immer freundlich war die Schildwache erzählte dem Grünen dass die Froschsoldaten bei ihren Kletterübungen die Mäuler voller Wasser halten mussten und dass unter ihnen das Gerücht umginge sie sollten Vögel fangen lernen denn das ist eine bekannte Sache dass Sumpfwasser für alle Tiere die nicht darin geboren sind einen bösen Zauber hat und ein Vogel der nur einen Tropfen davon auf die Flügel bekommt der kann nimmer fliegen als der kleine Grüne das hörte zitterte er denn nun wusste er was es mit den Übungen und den Plänen des Königs für eine Bewandtnis hatte er bat die Schildwache ihm immer Nachricht zu geben von dem was draußen geschah und als er nach einiger Zeit erfuhr dass die Frösche in der nächsten Nacht ausrücken sollten um mit ihrem Sumpfwasser eine Vogelprinzessin zu fangen stürzte er sich plötzlich wie ein Wilder auf die Schildwache überwältigte sie und entfloh da das nun ein ganz unerhörter Vorfall im Froschreiche war so wurde es sogleich dem König gemeldet der darauf befahl dass alle Froschsoldaten ausrücken und den Flüchtling fangen sollten ich weiß schon wohin er gegangen ist und ich werde euch selbst führen das Sumpfwasser nimmt aber auch gleich mit denn da wo er nun ging es fort wie die wilde Jagd der König sprang voran und die Frösche sprangen hinterher immer einer über den anderen weg dass es aussah als sei der Erdboden im Walde lebendig geworden und schlage Wellen aber so sehr sie sich auch beeilten sie kamen doch zu spät denn gerade hatte der kleine Grüne die Prinzessin gewarnt und als die Frösche ankamen flog der kleine Grüne sah ihr nach ganz glücklich über sein Rettungswerk und dann fingen sie ihn und der König hielt Gericht über ihn und so viele gute Freunde er auch hatte jetzt konnten sie ihm doch alle nicht helfen sein Verrat war zu sehr erwiesen er wurde daher zum Storch verurteilt das bedeutet in der Froschsprache so viel wie zum Tode er versuchte auch gar nicht um Gnade zu bitten er wollte nicht mehr im Sumpfe leben und fliegen konnte er doch einmal nicht so war es am besten wenn er nicht mehr lebte und da mochte der Storch ihn immerhin holen er ging ganz von selbst auf die Wiese gerade dorthin wo der Storch seinen Lieblingsplatz hatte und der letzte Dienst den seine vielen Freunde ihm erweisen konnten war dass sie ihn nicht mit Binsen festbanden wie der König befohlen hatte er saß ganz still und wartete auf den Storch und gerade als der über die Wiese daher kam kroch auch der junge König aus seinem Loch hervor und versteckte sich hinter einem Weiden Knorren um der Exekution zuzusehen er lugte mit großen runden Augen aus seinem Versteck hervor und aus dem Sumpf tauchte ein Heer Der kleine Grüne saß ganz still vielleicht war er schon vor Kummer und Sehnsucht nach der Prinzessin gestorben Der Storch sah ihn sofort kam auf ihn zu und rammte ihn seinen roten Schnabel durch den Leib aber anstatt ihn zu verspeisen ließ er ihn fallen blinzelte ihn von allen Seiten an und dann klapperte er Was ist denn das für eine neue Mode Seit wann verdirbt einem ja den Appetit Ein vielstimmiges erschrockenes Quack erschallte aus dem Sumpf und der junge König war so entrüstet dass er seine Froschnatur ganz vergaß und schrie Sie irren sich Herr Storch ein Edelstein in einem Froschkopf kommt nur alle 500 Jahre einmal vor und dieses Mal habe ich ihn Das wollen wir gleich mal sehen antwortete der Storch und mit Froschkönig und spießte ihn Keine Spur von einem Edelstein ein ganz guter Speise Frosch klapperte er denn nach seiner Ansicht waren die Frösche dazu da von den Störchen gefressen zu werden Er verspeiste den König also mit gutem Appetit und spazierte dann über die Wiese zurück als wäre gar nichts geschehen Die Frösche aber begruben den kleinen Grünen den er nicht auf sein Grab Nun wussten sie dass sie 500 Jahre warten mussten bis wieder einmal einer mit einem Edelstein im Kopf kam und sie glaubten die Frösche in 500 Jahren würden dann klüger sein als sie es gewesen waren Der Wetterbusch von Ludwig Grimm Hoch im Gebirge droben wo die Tannenbäume wachsen und die Flüsse entspringen lag ein stilles grünes Tal die Kerbe geheißen fleißige Leute hatten hier dem Wald ein paar Acker Feld und Wiesenland abgewonnen der rauschende Bach trieb das große schwarze Rad einer Segemühle und bis tief in den Wald hinein konnte man den singenden Ton der Säge hören die lange Bretter aus den mächtigen Tannenbäumen schnitt am oberen Ende des Wiesengrundes lag unter dem Schatten der hohen Waldbäume ein kleines Haus dichtes Moos wuchs auf dem strohgedeckten Dach und quoll auch zwischen den Fugen des niedrigen Schornsteins weich und dunkelgrün hervor im Garten vor dem Häuschen aber erhoben sich schlanke Blütenstänge aus dichtem Blättergrün und auch hinter den kleinen viereckigen Fenstern drängten sich Blume an Blume denn hier wohnte mit Weib und Kind ein pflanzenkundiger Mann der Wurzelgräber Peter Latz im Frühjahr und Sommer ging der Wurzelpeter mit Frau Gertraud und seinem Knaben Hans an jedem Morgen weit auf die Berge um heilkräftige Wurzeln und Blätter die bunten Blüten und wohl auch die zierlichen Samen der Waldgewächse zu suchen und zu sammeln Andere Arzneipflanzen zog er im Garten und in den Blumentöpfen So konnte er im Herbst wo die ersten Fröste durch den Wald und die schlimmen Krankheiten in die Städte ziehen mit großen Bündeln getrockneter Heilkräuter aus dem Kerbtal hinab ins Unterland wandern Dort verkaufte er seine Vorräte für ein gutes Stück Geld Seit sein Sohn Hans größer und verständiger geworden war nahm er auch diesen mit auf solche Wanderfahrten Fröhlich sang der frische Bursche neben ihm munter blickten die großen Knabenaugen auf das Tun und Treiben der Menschen und wenn es nichts zu singen und zu schauen gab dann lauschte Hans den Geschichten die der Vater von allerlei Waldkräutern und Waldgeistern zu erzählen wusste Hans ward ein kluges Kind dabei Als die beiden aber wieder einmal aufwärts wandernd in die Heimat zurückkehrten fanden sie dort viele fremde Leute vor Ein reicher Mann hatte sich in der Kerbe ein Haus gebaut Die Seilgemühle wurde erweitert Der Wald sollte ringsum abgeschlagen werden und schon waren die fremden braunen Arbeiter daran tal aufwärts eine Straße zu bauen auf der sie das Holz hinab fahren wollten Frau Gertraud klagte bitter wie wild und wüst die neuen Nachbarn sein roh und hart wären sie gegen Menschen und Tiere man könne kaum bleiben vor ihrem Fluchen und Drohen namentlich Haus und Garten des Wurzelpeters sei ihnen im Wege denn sie mussten einen ziemlichen Bogen drumherum machen ach Frau Gertraud schlug sich die Schürze über den Kopf und weinte und schluchzte davon wurde freilich die Sache nicht besser der Wurzelpeter merkte bald selber dass er böse Nachbarschaft bekommen hatte zuerst zwar hatte der neue Schneidermüller ihm viel Geld geboten wenn er ihm seine Hütte wie es der Fremde nannte verkaufte als aber Peter nicht in den Handel gewilligt hatte der reiche Holzhändler ihm höhnisch zugerufen noch mit dem Bettelsack solle der Wurzel Peter davon ziehen und wie der alte den Vater so höhnte und schimpfte sein Sohn Heino den armen Hans wo er dessen ansichtig ward ein Glück dass Hans flinker war als der ungeschlachte Heino der ihm gern eins ausgewischt hätte weil der schöne Kerbenwald schon zum guten Teil abgeholzt war musste der Pflanzensucher in diesem Jahre weiter als sonst auf die Berge hinauf um die Mittagszeit bereitete dann Frau Gertraud über flackerndem Holzfeuer die Mahlzeit mitten im Walder das Holz hatte ihr Hans vorher zusammengesucht und schön und friedlich war dieses beisammensein im stillen Walder durch den im Sonnenstrahle ein würziger Harzduft zog eines Tages waren die drei bis zum höchsten Gebirgskamm hinauf gedrungen dort waren die Tannen und Kiefern im steinigen Boden nicht recht gedien nur Knieholz gab es und das hatte sich vor den häufigen Stürmen tief und dicht an die Geröllsteine der Halde geschmiegt aber Johannesblumen und Enzian wuchsen recht stark und üppig zwischen dem Gestein Hans hatte schon ein tüchtiges Bündel zusammen aber immer tiefer zwängte er sich in das Gebüsch hinein da sah er plötzlich ein seltsames Gebilde vor seinen Füßen von dem Erdboden innig durcheinander gestreckt und geschoben Nadeln waren nicht mehr daran zu sehen aber die einzelnen Zweige waren so vielfach miteinander verwachsen dass sie ein ganz festes dichtes Geflecht bildeten so groß wie ein Kuchendeckel ein Wetterbusch rief Hans erstaunt vorsichtig trat er näher ganz gewiss hier hatte er das seltsame Gewächs vor sich wie es ihm der Vater einmal beschrieben zackigen blitzen gleich schienen die kahlen rötlichen Zweige durcheinander zu fahren die Augen taten einem weh wenn man lange in das Gewirr schaute Hans wusste dass der Wetterbusch die Blitze anzieht und dass man ihn deshalb nicht mit nach Hause nehmen darf aber ansehen wollte er das Ding doch recht genau darum legte er sich auf den Boden der mit abgefallenen Fichtennadeln bedeckt war und betrachtete nun den Wetterbusch von allen Seiten da hörte er auf einmal neben seinem Ohr ein feines Stimmchen Hans strengte die Augen an sie unter dem Wetterbusch stand ein Männlein kleiner als sein Finger das hatte ihn beim Namen gerufen war das ein Elf oder ein Kobold das Männlein ließ ihn nicht lange in Ungewissheit kommst du endlich einmal in unsere Nähe rief es ich wollte schon lange gern mit dir reden warum bist du dann nicht zu mir gekommen antwortete Hans das ist eine lange Geschichte meinte das Geschöpfchen bedenklich aber wenn du noch ein Weilchen zuhören willst sollst du alles erfahren komm steck den Kopf noch ein wenig näher an den Wetterbusch heran Hans regelte sich auf den dürren Fichtennadeln so nah heran dass er mit dem Gesicht dicht neben das Männlein kam das aber nahm aus einer Tasche einen durchsichtigen gelben Stein reichte ihm den Knaben und sprach nimm zuvor diesen Topaz er schützt dich vor bösen Ränken solange du ihn trägst der Knabe nahm den funkelnden Stein mit gespitzten Fingern entgegen hielt ihn ein Weilchen gegen das Licht und bedankte sich freundlich für das glänzende Spielzeug aber das Männlein meinte er solle ja gut Acht haben auf den Stein vielleicht sei ihm dessen Wunderkraft einmal recht nötig Hans versprach Achtsamkeit und nun begann das seltsame kleine Wesen von Neuem du weißt von deinem Vater mancherlei über die Nixen und Feen des Waldes von dem wilden Jäger der mit dem Wüsten Heer durch die Lüfte stürmt von den Kobolden die in der Tiefe der Berge wohnen aber von den Alraunen hat er dir wohl nichts erzählt denn von uns weiß fast kein Mensch mehr heutzutage das Männlein seufzte für alle anderen gibt's eine Zeit in der Nacht oder am Tage bei Mondlicht oder ganz kurz vor Sonnenaufgang wo sie sich aus ihren Verstecken hervorwagen können aber uns droht dann jedes Mal der Tod wenn wir uns nur ein wenig hervorwagen vor uralter Zeit als noch kein Menschenfuß diese Wälder betreten hatte lebten wir harmlos und heiter in der weiten Wildnis als aber dann die ersten Leute am Bach herauf kamen Hütten bauten und Gärten anlegten da entstand ein Zwiespalt unter den bisherigen Waldbewohnern die Kobolde und Nixen vor allem aber der wilde Jäger wollten die Eindringlinge vernichten damit der Urwald nicht das Eigentum der Menschen würde wir Allraunen dagegen wollten nichts wissen von Gewalt und Mord warnten die Menschen und halfen ihnen aus seitdem hassen uns alle Geister des wilden Waldes die Menschen aber haben uns auch im Stich gelassen sie schlagen uns die schützenden Bäume über dem Kopf weg wüsten in jedes Dickicht hinein stöbern mit ihren Hunden jeden stillen Winkel durch und wo einmal die Blitze hinleuchten können dahin sieht uns auch der schlimmste Feind der wilde Jäger keinen Freund Luft und Licht werden wir gejagt und gehetzt gehönt und gestört und wir waren immer so still und schafften so freudig an Blumen und Wurzeln Das Allraunen Männchen sah ganz bekümmert aus und wie Hans seine Klagen anhörte da rollten ihm selber zwei dicke Tränen die Wangen herab das Männlein aber fing die hellen Tropfen auf sie wurden in seinen Händen zu fangen hatte sie fuhr der Allraune fort es gibt ja noch einzelne gute Menschen die Mitleid mit unserer Not haben ihr Erbarmen ist mehr wert als köstliche Edelsteine denn mitleidige Menschen können uns helfen willst du es nicht auch tun ach ja gern sagte der Knabe aber wie soll ich das machen du wirst es hören nickte das Männlein freundlich zunächst musst du unser Schirmdach hier in Sicherheit bringen ehe es die Holzhauer aus eurem Tal bloß legen Hans erschrak ein wenig der Vater sagt der Blitzschlüge in das Haus da Rheinmann solchen Wetterbusch trägt da hat er gar nicht so Unrecht meinte das allrauen Männlein eifrig wenn der wilde Jäger das krause Geflecht sieht das wir im dunkelsten Waldes dickig zusammengeflochten haben so schleudert er seinen Speer danach das nennen die Menschen dann Wetterschlag aber es braucht ja kein böser Geist zu sehen wenn du den Wetterbusch fortnimmst zur Zeit wo die Kirchenglocken den Mittag einläuten ist kein Kobold und auch der wilde Jäger nicht im Freien denn sie können das Leuten nicht leiden um solche Zeit musst du unser Schutz Dach fortnehmen dichten Tannen neben deines Vaters Haus in den dunklen Winkel wo die grünen Brombehecken den Boden überziehen nicht Mensch nicht Waldgeist wird den Wetterbusch dort finden willst du uns helfen freudig sagte Hans zu freilich den Eltern mochte er nichts verraten die hätten sich doch vielleicht gefürchtet vor des wilden Jägers Zorn darum wartete er bis zum nächsten Sonntag wo die Eltern drunten im Kirchdorfe waren da ging er schon vormittags hinauf zum Walder wartete bis die Glocken erklangen und stürmte dann den Wetterbusch auf beiden Armen tragend dem väterlichen Garten zu aber er sollte nicht ungefährdet hinkommen auf den langen Stämmen die neben der neuen Straße lagen hatte ihm des Schneidermüllers Heino aufgelauert hab ich dich endlich einmal du Betteljunge schrie er den erschrockenen Hans an und erhob gegen ihn einen mächtigen Prügel Hans war zu Tode erschrocken aber er ließ den Wetterbusch nicht fallen er hielt ihn nur wie schützend vor sein Gesicht krach klang's da auf einmal war's der schützende Topaz den er trug war's ein anderer Zauber der ihn behütete oder hatte Heino in der Eile einen wurmstichigen Ast genommen Der furchtbare Knüppel zerbrach noch ehe er Hans getroffen hatte Heino aber der so etwas nicht vermutet hatte kam aus dem Gleichgewicht stürzte auf die Baumstämme die dicht am Straßenreine aufgestapelt waren und kollerte samt diesen die Böschung hinunter bis der ungeschlachte Bursche und das Holz das ihn übel zugerichtet hatte im Bache lagen fluchend und prustend arbeitete sich Heino wieder empor Hans aber war inzwischen längst daheim angelangt und hatte den Wetterbusch im Garten versteckt ehe noch das Mittagsläuten in den Bergen verklungen war von dieser Zeit an brachte Hans halbe Tage im Garten zu dort hielt er Zwiesprache mit den Airaunen die einer nach dem anderen unter das zauberhafte Wetterdach einzogen und so schaute er ihrem wunderbaren Arbeiten und Schaffen zu wo ein Keim nicht durch die harte Erde konnte da wälzten sie das Steintchen über der harten Spitze fort von den Knospen nahmen sie die Hüllblättchen ab dass sich die Blüten umso freier entfalten möchten in die Blumenkelche trugen die Allraunen jeden Morgen glänzende Tautröpfchen und über Nacht putzten und Strauch jeden Halm im Grase und das alles ging so zierlich und flink dass man kaum so schnell sehen konnte wie die niedlichen Geschöpfe sich regten bald hatte sich Hans gewöhnt mit den Allraunen im fröhlichen Wetteifer den Garten zu bestellen arbeiteten die zierlichen Wesen flinker so kam ihm die größere Kraft zu statten und erstaunlich war's wie prächtig bald der Kräutergarten des Wurzelpeters aussah es war auch gut dass jetzt so viele Arzneipflanzen so dicht am Hause gediehen denn im Walde draußen wo das stille Schaffen der Allraune fehlte wuchs wenig mehr seit vor den Holzfällern die Tannen und Fichten gesunken waren unter denen sich früher die Allraunen versteckt hatten fanden auch die roten Fingerhutblumen und die weißen Liliengewächse nicht mehr den gewohnten Schatten auf dem ausgedörrten Boden verkümmerte der blaue Eisenhut und der schöne weiß und goldene Steinbrech selbst die Moosbeeren am Bache hatten nicht mehr den Wohlgeschmack wie in der Zeit da über ihnen noch der Hochwald rauschte dazu kam dass die Gewitter jetzt viel schlimmer als früher auftraten der wilde Jäger mochte wütend sein dass ihm die Allraunen entschlüpft waren die dort gehaust hatten wo jetzt der dichte Wald gefallen war immer wieder heulte und fauchte das wilde Heer durch die Lüfter schmetterten die Donnerkeile fürchterlich ins Erdreich und mächtige Regengüsse rissen tiefe Furchen in das Land wühlten die Steine heraus und bedeckten die tiefer gelegenen Wiesengründe mit dem Geröll und es ward weite Wüstung wo vor kurzem noch der herrlichste Wald gestanden hatte auch der neue Sägemüller der mit seinen Leuten an allem schuld war merkte zu seinem Schaden wie sich die Umstände geändert hatten der Kerbebach floss nicht mehr so gleichmäßig wie früher heute zerriss die plötzlich anschwellende Flut das Mühlenwehr und nach wenigen Tagen schon war das Wasser so tief gesunken dass es nicht eins der vielen Räder treiben konnte die jetzt zur Mühle gehörten dann musste gefeiert werden und die Mühlburschen verübten zusammen mit dem bösen Heino viel Mutwillen im ganzen Lande stets aber blieb das Haus des Wurzelpeters unangefochten niemand wusste dass der Topaz den Hans auf der Brust trug alles übel fernhielt kein Mensch ahnte auch dass es die Mithilfe der Allraunen war welche die Kräuter so üppig im Garten gedeihen den Saft so heilkräftig werden ließ immer mehr lernte Hans von seinen kleinen Helfern schon wusste er besser als der Vater welche geheimen Gaben manche Pflanze hatte wann der Beinweil gegraben und der Mohn geritzt werden musste weil er sah wie die Allraunen Saft und Kraft mitmischten tat er bald selbstständig die Würze des Waldes zusammen presste Blüten aus kochte Wurzeln und füllte in Büchsen und Flaschen was er dabei erhielt so brauchte er samt dem Vater nicht mehr mächtige Bündel auf die Herbstfahrt mitzunehmen und doch waren die Tränklein und Salben kräftiger als früher eine ganze Tracht getrockneter Blumen weiter als sonst zogen jetzt der Wurzelpeter und sein ziemlich erwachsener Sohn ins Unterland bis in die Hauptstadt des Kaisers waren sie endlich gekommen und noch überall hatten sie freundliche Aufnahme gefunden zu sehen und ließen sich die mitgebrachten Vorräte für ein Gut Stück Geld verkaufen Ach in den stolzen Häusern an den vornehmen Straßen wohnten gar so viele Leute denen Krankheit in Brust und Herz saß deren Lebenskräfte sich vor der Zeit verzehrten Der Kaiser selber so hieß es wäre nicht mehr gesund Die viele Sorge um sein großes Reich habe ihm alle Freude am Leben genommen Seine Wangen seien bleich geworden und vor innerer Unruhe könne er nirgends mehr lange bleiben Es sei ein schleichendes Fieber über ihn gekommen sagten die Leute in der großen Stadt und wenn sich das nicht heilen lasse müsse er sterben obwohl er noch gar nicht sehr alt war Der Wurzelpeter hätte dem Kaiser gern ein Mittel für das schleichende Fieber angeboten wenn er sich in glänzenden Uniformen standen und gar so stolz und streng um sich blickten Aber der gute Kaiser tat ihm doch von Herzen leid Die trüben Gedanken vergingen indessen dem Peter und seinem Sohn schnell als sie endlich wieder nach der Heimat zurück wanderten Immer höher strebten sie dem lieben Bergland zu Schon schritten sie wieder zwischen grünen Nadelwäldern hin auf die der Frost war klar und frei Hans fing an aus voller Brust in den stillen Frost hinein zu singen Wie er so die helle Stimme erklingen ließ trat plötzlich von einem Seitenwege her ein Forstmann im grünen Kleide auf ihn zu Wie kannst du hier so laut singen sprach er ernsthaft Wo drüben in dem kleinen Jagdschloss der Kaiser in schwerem Fieber liegt Hans erschrak aber er sagte doch dass er gar nicht gewusst habe dass ihm der Kaiser so nah sei in der Hauptstadt hätte er wohl von des Kaisers Krankheit gehört der Vater und er selber hätten auch gerne dem guten Herrn ein Heilmittel gebracht aber sie hätten scheu vor den vielen vornehmen Leuten gehabt Der Forstmann sah den Walde draußen auf den Bergen wo die gesunde Luft weht wo der Regen und der Tau reiner ist als im Unterland wachsen tausend Blumen voll wunderbarer Kräfte und oft helfen die Pflanzensäfte wo man's kaum gehofft hatte könnte der Kaiser nicht eins meiner Tränklein versuchen frag ihn selber sagte der Forstmann freundlich kommt mit mir winkte er dann beiden zu So kamen der Wurzelpeter und sein Sohn Hans in das Jagdschlösschen wo der Kaiser in seinem Krankenbett lag und nun war es seltsam wie bald sich der Kaiser in der Behandlung der beiden wohler fühlte als lange vorher Den munteren Hans der ihm jedes Tränklein bereiten musste gewann er deshalb lieber als alle anderen die bisher an ihm herum kuriert hatten Er überhäufte ihn mit Geschenken und Ehren saßen Aber Hans sagte dem Kaiser dass er wieder in sein Gebirge ziehen müsse sobald der Frühling käme Gerade dann seien die wirksamsten Kräuter zu finden Dann erst solle wohl mit Gottes Hilfe der Kaiser völlig gesund werden Oder ob der Kaiser nicht lieber gleich einmal mitkommen wolle Das konnte der Kaiser nun freilich nicht Aber er sandte den Hans und dessen Vater in einem besonders schönen und doch recht bald wieder bei ihm wären In der Kerbe hatten es die Leute schon durch Frau Gertraud erfahren wie der Wurzelpeter vor allem aber sein Sohn Hans beim Kaiser in große Gnade gekommen wäre Als aber die vergoldete Karosse ins Tal hinauf gefahren kam da wussten sich die Bewohner vor Staunen nicht zu fassen Hans und Peter waren mit einem Male die angesehensten Leute in der ganzen Gegend um den Schneidermüller aber und den wilden Heino mochte kein Mensch mehr aufhebens machen mit verbissenen Gesichtern hielten sich die auch abseits aber die Wut gegen Hans der ihm früher nur ein Betteljunge geschienen nagte im Herzen Heinos umso grimmiger fort er sah täglich aus der Ferne wie Hans im Garten Knospen und Blüten pflückte wie er dort und da Wurzeln grub Heino dachte wohl dass alle diese Arbeit den einst so verachteten Kräutersucher immer berühmter machen werde da beschloss er bei sich den Garten der so reich Segen brachte zu zerstören bald kam die Gelegenheit Hans war aufs Neue zum Kaiser gefahren Peter Latz und Frau Gertraud angetan mit schönen Gewändern waren auf ein paar Tage mitgekommen weil sie manches für ihr Hauswesen einkaufen wollten so stand das Häuschen des Wurzelgräbers leer eine trübe dunstige Nacht war angebrochen als Heino über den niederen Garten Zaun stieg vom Gebirgskamm her zuckte zuweilen ein Wetter leuchten das zeugte dem Wüsten Burschen den Weg und er fing an mit beiden Händen zu raufen und zu brechen zwischen den bunten Beeten er riss seine Latte vom Zaun und zerwühlte damit die reiche braune Erde darin so viel Schönes und Heilsames erwachsen war er begann niederzutreten mit den Füßen fortzustoßen was was irgend in den Weg kam immer drohender rollte der Donner jetzt stieß der Fuß des wilden Heino an den Wetterbusch über den sich noch immer ranken vom Brombeergebüsch hinweg spannen aber der rohe Bursche war nun einmal am Zuge in blinder Wut zerrte er an den verschlungenen Zweigen der Wetterbusch das Schutzdach der friedlichen Allraunen lag bloß und im selben Augenblick knatterte brauste und dröhnte die wilde Jagd heran ein heulen und sausen ein wimmern und pfeifen ging durch Luft und Land wie es im Kerbetal noch nie erklungen war Blitze zuckten im blauen Lichter der erste von allen hatte den wilden Heino niedergeschmettert dann entzündete sich das Häuschen des Wurzelgräbers die hohen Tannen daneben das Waldstück dessen Schatten so lieblich über der Wiese gelagert hatte das ganze Kerbetal bot in wenigen Augenblicken den Anblick einer grauenhaften Verwüstung und dann kamen Regengüsse niedergeprasselt aus allen Rinnsalen rauschte das Wasser stromweise nieder furchtbar schwoll der sonst so friedliche Bach er riss auch die Mühle mit allem was dazugehörte hinweg in derselben Nacht aber fühlte sich der Kaiser von den Arzneien die ihm Hans sein junger Leibarzt gereicht hatte wunderbar erquickt ganz früh am Morgen ließ er den Sohn des Wurzelgräbers zu sich kommen und er gab ihm den schönsten Ring von seinem Finger und sprach lieber Hans du hast mir meine Gesundheit wieder gegeben in deinen jungen Jahren hast du bereits fertig gebracht was die gelehrtesten alten Ärzte nicht konnten dir muss wohl besonders Gnade verliehen haben ich möchte dir aber auch gern meinen Dank bezeigen darum bitte dir aus was dir so recht am Herzen liegt da kniete Hans vor dem Kaiser nieder und sagte ich bin von Kind auf im Wald gewesen und habe dort all die guten freundlichen Geschöpfe kennengelernt die drin hausen da hat mir es oft weh getan wenn ich sah wie die Menschen die Wälder vernichteten und alle guten Geister die drin walten vertreiben wenn der Kaiser befehlen wollte dass für jeden abgehauenen Baum ein neuer gepflanzt würde dann gäbe es mehr Glück mehr Frieden mehr Gesundheit im ganzen reicher lasst mich bitten für den Wald und seine Bewohner da lächelte der Kaiser freundlich denn aus dem Walde war ihm ja auch Glück und Gesundheit gekommen und tat alles wie Hans ihn gebeten hatte also wurde in der Kerbe und rings umher neues Gehölz angepflanzt die Allraunen wohnen heute wieder auf weiten von Tannen umhegten Gebieten Hans aber wandert durch die stillen Wälder wo die heilenden Gewächse für allerlei Krankheiten erblühen und hält Zwiesprache mit den guten Geistern die im Walde wohnen Kasper Knirps von Hermann Große Es war einmal ein kleiner drolliger Käfer ganz grau und mit einem breiten runden Rücken der hieß Kasper Knirps er war aber ein fleißiger und rechtschaffender Käfer und arbeitete den ganzen Tag und bohrte und hämmerte in allerhand Holzwerk Aber da er einen etwas harten Schädel hatte und nicht so schön war neckten ihn die feineren Käfer oft sehr Doch das kümmerte ihn wenig Er wohnte weit ab von den vornehmen Gärten Mitten auf einem blumigen Hügel stand ein prächtiger großer wilder Apfelbaum und rings um diesen lag ein ganzer Wall von Steinen aufgetürmt und hier war Kasper Knirps zu Hause Vater und Mutter waren bei einem kleinen Ausflug beide von einem großen Vogel verzehrt worden und so lebte Kasper Knirps allein hier weiter Doch fand sich auch bald Gesellschaft Da wohnte noch zwischen den Steinen in ihrem Haus eine Schnecke Die war schon recht alt und es ging noch langsamer mit ihr vorwärts als sonst Diese hatte den Kasper Knirps recht gern und er flog öfter herum und erzählte ihr dann abends alles was er gesehen hatte von Menschen und Tieren Auch machte er für sie allerlei kleine Besorgungen und Bestellungen denn sie hatte eine große Verwandtschaft drüben im Busch aber die waren ganz schwarz liefen nackend umher und waren so arm dass sie nicht einmal ein Häuschen besaßen Nun hatte die Schnecke einer dieser Verwandten durch Kasper Knirps sagen lassen sie möge doch einmal zu ihr kommen und ihr beistehen sie solle dafür auch das Häuschen erben denn die alte Schnecke war recht hinfällig geworden und glaubte dass sie nicht mehr lange leben werde aber Kasper Knirps musste ihr leider sagen dass die schwarze Schnecke lieber im Busch bleiben und auch das Häuschen zu sehr beschweren Hausbesitzerin zu sein hatte sie gemeint da war die alte Schnecke ganz traurig und vermachte den Kasper Knirps ihr Häuschen nach ihrem Tode und der versprach ihr dafür zu helfen und sie nach Leibes Kräften zu unterstützen Nun war die schönste Zeit des Jahres gekommen der große wilde Apfelbaum blühte wie ein wunderschöner roter Schleier lag es über ihm es war eine viele Gäste dahin und Kasper Knirps hatte alle Tage Unterhaltung da kamen feine bunte Schmetterlinge prächtige Käfer und tausende von Bienen in die schönen Apfel blühten wo sie summten dass es wie eine leise Musik klang und Kasper Knirps gar nicht mehr so viel arbeiten konnte wie sonst so viel gab es hier zu sehen und zu hören eines Tages aber geschah etwas ganz wunderschönes Kasper Knirps hat es in seinem ganzen Leben nicht vergessen es kam die Bienenkönigin selber in den rot blühenden Baum die flog anzusehen wie ein zierliches goldiges kleines Mädchen daher und setzte sich oben in den Apfelbaum unendlich viele Bienen umschwärmten sie summend sie aber sang leise ich bin die Bienenkönigin summ 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 die hunderttausend Diener mein die fliegen um mich herum sie bauen mir ein goldenes Haus summ 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 und füllen es mit Honig aus summ 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 von allen Blüten groß und klein da sammeln sie das beste ein summ 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 alle um mich rum damit schwang sie sich hoch in die Luft und alle Bienen folgten ihr und zogen gleich einer kleinen Wolke dahin Kaspar Knirp sah ihnen noch ein Weilchen nach und dann eilte er zu der alten Schnecke sie zu fragen ob sie auch alles mit angesehen habe aber nein die hatte nichts gesehen sie saß zusammengekrümmt in ihrem Häuschen und da sie schon etwas schwer hörte hatte sie auch nichts gehört Kaspar Knirps erzählte ihr nun alles so gut er konnte aber es selber zu sehen war doch viel schöner gewesen nach einigen tagen aber geschah etwas recht schlimmes da herum es kam ein lustiger wanderer auf der sonnigen straße daher und wie der den großen schattigen baum sah verließ er den staubigen weg kam durch das feld bis zu dem wohnort von Kaspar Knirps und setzte sich auf den Steinwall um eine mittagspause zu machen dabei schob er das Schneckenhaus samt der Schnecke vorsichtig beiseite um es nicht etwa zu zertreten die arme alte Schnecke hatte vor Angst schon ganz den Atem verloren und saß nun ganz still in den Steinen sich zu erholen der Wanderer aber holte aus seinem neuen Felleisen Brot und Speck hervor und begann zu schmausen da gesellte sich von der Straße her noch ein Wanderer zu ihm der war ganz zerlummt und sah recht böse aus als er sah wie gut es dem anderen schmeckte schrie und schimpfte er dass er nichts zu essen habe da gab ihm der erste Wanderer die Hälfte seines Speisevorrats gierig verschlang der andere die Speisen ohne auch nur dafür zu danken und wollte noch mehr haben doch der erste Wanderer hatte nichts mehr zu geben bald darauf legten sich beide in den der bereits fest eingeschlafen war nahm der Lump einen Stein und schlug damit auf den Schlafenden los um ihn zu töten da aber flog ihm Kasper Knirps der vom Baum herab alles mit angesehen hatte mit seinem harten Schädel so heftig ins Auge dass er laut aufschrie und von dem anderen abließ um sein Auge zu reiben dann nahm er das neue Felleisen in dem der Wanders Mann all sein Hab und Gut hatte und lief eilig dem Walde zu nun aber flog Kasper Knirps zur Schnecke um mit dieser erfahrenen Person zu beraten was zu tun sei auch den Stein hatte das junge Leben erbarmt und er hatte nicht so hart getroffen aber mit tiefen Wunden lag der arme Wanderer blutend da und seufzte ganz munter und rutschte so rasch dass ihr Häuschen nur so wackelte zu der Stelle hin wo der Verwundete lag diesen anzusehen da musste Kasper Knirps breite Blätter vom Rasen abreißen und herbeischleppen die Schnecke bestrich sie mit einer Heilsalbe die sie immer in ihrem Häuschen aufbewahrte und bedeckte damit die Wunden des armen Burschen und nun überlegten beide Menschen zur Hilfe herbeizuholen dem armen Verwundeten zu helfen da endlich sagte Kasper Knirps liebe Schnecke du weißt doch dass jeden Tag der Vogelkuckuck hierher auf den Apfelbaum kommt nachzusehen ob wieder Raupen da sind zum verspeisen dem musst du die Geschichte vortragen denn ich wage es ja nicht den hohen Herren anzureden und der weiß mit den Menschen Bescheid und wie es zu machen ist einen vorübergehenden von der Straße hierher zu locken die Schnecke wollte es des armen kranken Burschen wegen tun obwohl sie auch nicht gerade gern mit dem Kuckuck zu tun hatte richtig nach einer Weile flog der Kuckuck herbei rief erst ein paar Mal dass er da sei und las dann alle Raupen von den Blättern und Blüten ab da trat die alte Schnecke ein wenig aus ihrem Häuschen streckte vorsichtig ihre vier Hörnchen heraus was sehr niedlich aussah und rief gestrenger Herr Kuckuck da ihr diesen Platz doch auch sehr liebt werdet ihr nicht wollen dass hier unten diese arme Bursche liegen bleibt und stirbt eurer Klugheit wird es gelingen einen Menschen herbeizurufen der ihm hilft denn meine schwachen Kräfte reichen nicht dazu aus als der Kuckuck das hörte kam er sogleich näher und sah nun erst was hier geschehen war ganz empört war er aber als ihm die Schnecke das nähere erzählte denn obwohl er ein Schalk war und die anderen kleinen Vögel oft neckte und ärgerte so etwas war ihm dann doch zu toll er versprach sein Möglichstes zu tun flog auf die äußerste Spitze des Apfelbaumes und hielt Umschau nach einer Weile kam des Weges daher ein Fuhrmann mit seinem Wagen vor den ein braunes Pferd gespannt war der sah nach dem Apfelbaum und sagte ei wie schön der alte Kerl jetzt in seinem Blütenschmuck aussieht da fing der Kuckuck wie unsinnig an zu schreien und lachte dabei und schrie und flog auf den Fuhrmann zu und schrie immer wieder dieser aber sagte potz tausend der Vogel ist ja rein des Kuckucks ich muss doch einmal hingehen und sehen was der eigentlich dort haben mag dabei will ich mir auch gleich den Baum in blüten nah bei ansehen von dem ich im Herbst schon oft so viele kleine rote Äpfel meinen Kindern mitnahm die sich so sehr darüber freuten damit stieg der Fuhrmann vom Wagen dies freute sich der unverhofften Pause er aber ging mit langen Schritten dem Apfelbaum zu und der Kuckuck flog immer vor ihm her mit lautem Kuckuck 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 bald war er auf dem Hügel und sah vor sich die schlimme Bescherung der Verwundete hatte sich ein wenig erholt und konnte dem Fuhrmann mit leiser Stimme sagen was ihm geschehen war der Fuhrmann gab seiner Flasche und sagte Potzwetter diesmal war es doch gut dass der Kuckuck mich hierher holte der aber saß jetzt still auf der Spitze des Apfelbaumes und sah zu da zog der Fuhrmann seinen alten Staubmantel aus schlug ihn um den Verwundeten und nun schleppte er ihn behutsam den Hügel hinunter über das Feld zur Straße die Schnecke sah recht befriedigt hintendrein schon lange eingetroffen war von dort aus alles beobachtete und dabei dem Pferde die lästigen Fliegen verscheuchte der Fuhrmann aber nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Flasche der ihn recht stärkte spuckte dann in seine Hände und schwuppdi wupp hatte er den Verwundeten auf seinen Wagen gehoben legte ihn recht ordentlich in Stroh und Decken und fuhr langsam der Stadt zu auch der Kuckuck verließ nun mit lautem Ruf und leisem Lachen über die gelungene Rettung die Spitze des Baumes als der Fuhrmann die Stadt erreicht hatte gab er den Verwundeten in gute Pflege Kaspar Knirps aber hatte die ganze Reise auf dem Rücken des Fuhrmanns mitgemacht und war sehr froh dass der arme Bursche nun so gut untergebracht war Auf einem Hofe spannte der Fuhrmann sein Pferd aus und führte es in den Stall in zwischen sah sich Kaspar Knirps ein wenig auf dem Hofe um und gewahrte dort einige sehr schöne blauglänzende Käfer ganz bescheiden näherte er sich denen die ihm so fein erschienen doch als er sah in welchem Schmutz und Unrat diese herum wühlten machte er sich davon so etwas war er nicht gewohnt danach kam der Fuhrmann wieder aus dem Stall nahm seinen alten Mantel vom Wagen und ging in die Herberge wo er immer einzukehren pflegte so oft er in die Stadt kam Kaspar Knirps aber auf seinem Rücken sitzend ging mit ihm während der Fuhrmann sich durch Speise und Trank nach den Anstrengungen des Tages stärkte sah sich Kaspar Knirps die verschiedenen Gäste in der Herberge an und erblickte in einer düsteren Ecke des Zimmers auch den Lump der den Wanderer so schwer verwundet und beraubt hatte er tat sich auch gütlich an Speise und Trank und hatte das neue Felleisen neben sich in der Ecke liegen sein Auge war noch ganz rot Kaspar Knirps freute sich dass er ihn mit seinem harten Schädel ordentlich gezeichnet hatte und dachte nach wie er es anfangen könnte die Anwesenden auf den Räuber aufmerksam zu machen der Fuhrmann erzählte nun den Bekannten davon wie er heute durch den aufgeregten Kuckuck den Armen Verwundeten gefunden und ihn mit sich genommen habe und wie er genau von diesem wisse woran das geraubte Felleisen zu erkennen sei da erhob sich der mit dem roten Auge nahm das Felleisen unter den Arm und wollte sich ganz unbemerkt aus der Stube schleichen Kaspar Knirpse aber nahm einen tüchtigen Anlauf und flog nun mit seinem harten Schädel zum zweiten Mal in das rote Auge das schmerzte aber so sehr dass der Lump laut aufschrie und das Felleisen fallen ließ dadurch wurden alle aufmerksam und blickten nach ihm hin schrie er packt ihn das ist der freche räuber im nu war er festgenommen und ins gefängnis geführt wo er seine böse Tat am anderen Tage eingestehen musste und die verdiente Strafe erhielt Kaspar Knirpse aber verlebte die ganze Nacht still in der Herberge wo noch lange von den guten und bösen Taten des Kuckuck geredet wurde am anderen Tag besah er sich die Stadt waren recht gut aber immer wenn er einmal so recht lossuren wollte kam er mit seinem harten Schädel an eine Hausmauer oder in ein offenes Fenster so geriet er einst in das Zimmer einer Dame die jagte ihn gleich mit einem langen Federwisch zum Fenster hinaus und sagte dabei sie könne durchaus nicht begreifen warum es so hässliche Käfer in der Welt gäbe die doch zu gar nichts Nütze wären bald darauf kam er zu einem alten Herrn der gerade sein Mittagsschläfchen hielt und recht kräftig dabei schnarchte da flog Kaspar Knirps hin zu sehen woher der Ton eigentlich käme der ihn sehr an seine Holzarbeiten erinnerte und dabei kitzelte er den Herrn etwas an der Nase so dass dieser mit lautem Niesen erwachte und dann noch Ärger als der Hirschkäfer draußen im Walde darüber brummte dass er so im schönsten Traum gestört worden sei Kaspar Knirps aber hörte nicht lange zu sondern trat eilig den Rückweg an aber noch ein drittes Mal versah es Kaspar Knirps und diesmal wäre es ihm beinahe ans Leben gegangen die Knaben im Zimmer wollten ihn fangen und sagten der fehlt uns gerade noch in unserem Kasten aber und ehe noch einer der Knaben das Fenster zuschlagen konnte war er flink daraus entwichen sie sahen ihm nach und sagten schade da fliegt er Kaspar Knirps aber war nun endlich vorsichtig geworden und hielt sich von allen Gebäuden fern nun erblickte er auf der Straße einen Busch Apfel blüten die sich immer weiter bewegten und ihm so gut gefielen und so rot erschienen wie die daheim im Apfelbaum sogleich surrte er herunter und setzte sich darauf merkte aber sogleich dass es künstliche Blüten waren auf dem Hute eines zierlichen Mädchens dabei bekam er Heimweh nach seinem Apfelbaum nun war ihm ein wenig bange wie er aus dem Wirrwarr der Stadt herausfinden werde jetzt trat das zierliche Mädchen zur Seite und blieb stehen denn eine Menge Soldaten kamen mit prächtiger Musik daher und Kasper Knirps tat die Augen weit auf um alles genau zu sehen das ging immer linken rechten trab trab so etwas herrliches geschah doch niemals draußen bei dem Apfelbaum nun kam einer auf einem braunen Pferder der hatte auf dem blinkenden Helm einen gar prächtigen Federbusch da verließ Kasper Knirps die roten Apfelblüten flog in den Federbusch und zog nun mit den Soldaten durch viele viele Straßen blickte von oben herab auf die Leute die nebenher gingen und kam endlich aus der Stadt auf ein großes Feld da sah er um sich und erkannte die Straße die er mit dem Fuhrmann gekommen war nahm Abschied von wohlbehalten kam er nach einigen Tagen dort an gerade zur rechten Zeit um den Baum noch etwas im Schmuck zu sehen denn es waren aus vielen Blüten schon kleine Äpfelchen geworden die jetzt noch gar nicht hübsch aussahen die alte Schnecke aber war gestorben und die Ameisen hatten sie schon unter einem großen Hügel begraben Kaspar Knirps hatte sich so darauf gefreut ihr alles aus der Stadt zu erzählen die arme Schnecke war ihr langes Leben nicht dort hingekommen doch das wusste Kaspar Knirps jetzt die Stadt ist nur für flinke Leute die Schnecke wäre sicher unter die Räder gekommen sie hatte sich gewiss zu sehr angestrengt und aufgeregt bei dem raschen Lauf zu dem verwundeten Burschen es half jedoch nichts sie war tot und Kaspar Knirps Hausbesitzer am anderen Morgen besah er sein Eigentum eine kleine Spinne hatte ein graues Netz davor gezogen und erzählte ihm dass schon eine feine grüne Käfer Familie die inzwischen eingetroffen sei das Häuschen hätte beziehen wollen doch sei es ihnen nicht hübsch genug gewesen Kaspar Knirps sah es wohl dass etwas daran müsse gebessert werden und so begab er sich zu einem befreundeten Käfer der ein richtiger Zimmermann war und bat den ihm zu helfen sein Häuschen in Ordnung zu bringen der war gleich bereit dazu rief noch zwei seiner Söhne als Handlanger herbei band den ledernen Schurz um beeinten Kräften schoben die vier das Haus an eine durch die Steine geschützte Stelle und brachten es dort in eine feste Lage danach wurde es gerichtet und innen und außen poliert bis es blitzblank und fertig war es sah nun außerordentlich sauber aus jetzt feierten die Käfer ein kleines Freudenfest bei dem es hoch her ging und dann surrten sie vergnügt um den Baum nach einiger Zeit dachte Kaspar Knirps daran sich eine niedliche Frau zu suchen denn das Häuschen kam ihm so allein zu einsam und groß vor nun kam jeden Tag auf ein Stündchen eine feine blaue Libelle zu den blassen wilden Pfeilchen geflogen dieser Kaspar Knirps gern mit ihren blanken Augen und eines Tages fragte er sie kleine Libelle möchtest du nicht meine Frau werden antwortete ihm nein ich bin zu zart und schön für deine Häuslichkeit such dir nur ein anderes Weibchen lieber Kaspar damit flog sie fort und er sah nun dass sie wirklich eine furchtbar dünne Talie hatte und grämte sich nicht über das Körbchen darauf war eine lustige Taufe von sechs kleinen Käfern bei dem Zimmermann und dabei traf Kaspar Knirps mit der sehr beliebten Goldkäfer Familie zusammen und als alle sehr heiter geworden waren fragte er das hübsche Käfer Fräulein liebes Goldkäferchen willst du mich nicht zum Mann haben jetzt wo doch mein Häuschen so blitzblank ist doch diese rümpfte die Füllhörnchen und sprach dein Häuschen ist jetzt wohl recht hübsch aber ich habe mein Herz dem schönen Admiral geschenkt der oft aus dem Rosengarten hierher kommt und für mich schwärmt ja diesen schönen Schmetterling hatte Kaspar Knirps auch schon öfters gesehen und musste freilich gegen diesen sehr zurück stehen doch konnte er den Admiral jetzt gar nicht mehr leiden und wünschte ihm heimlich dass ihn der Kuckuck hole aber der hatte sich recht lange nicht sehen lassen man hörte ihn nur zuweilen drüben im Wald wo er tolle Streichetrieb und alle kleinen Vögel beunruhigte eines Tages kam der Admiral mit vielen prächtigen Schmetterlingen geflogen es war gar herrlich anzusehen und nun wurde um den Apfelbaum ein Ball veranstaltet alles gaukelte durcheinander der Admiral immer oben an mit einem prächtigen Pfauenauge er ließ das Goldkäferchen unbeachtet sitzen und dieses war recht traurig auch ein kleiner bunter Schmetterling konnte nicht mittanzen da er sich einen Flügel ein wenig verletzt hatte zudem gesellte sich Kaspar Knirps und unterhielt die niedliche bunte Kleine und sie war so freundlich zu ihm dass er eben Mut fassen wollte sie für sich zu gewinnen da kam ein schöner dunkler Schmetterling ganz insamt gekleidet und setzte sich zu dem bunten Schmetterling da er in Kleine nur noch mit diesem und sah den armen Kaspar Knirps gar nicht mehr an der aber ging weg in sein Häuschen und sah etwas betrübt nach über die flatterhaften Schmetterlinge Mit einem Mal rief es draußen Kuckuck Kuckuck und als Kaspar Knirps vor seine Tür trat flatterten gerade die Flüge von dem schönen Admiral herunter Alles Übrige hatte der Kuckuck verzehrt und noch viele von den anderen dazu die sich nicht rasch genug in die dichtesten Zweige retten konnten Dann aber rief er Kuckuckuck lachte heiser und flog davon Nach und nach sammelten sich die wenigen Geretteten der lustigen Gesellschaft und flogen diesmal angeführt von dem schönen dunklen Trauermantel dem Heimgarten wieder zu aber aller Schmelz der Schönheit war von ihnen abgewischt Kaspar Knirps war nun tagelang recht fleißig in seinem Holzwerk und beendete eine große Arbeit Dann aber machte er sich einen Feiertag den er benutzen wollte einmal den schönen Rosengarten aufzusuchen aus dem die schönen Schmetterlinge gekommen waren Als er an die Straße kam traf er mit einem fröhlichen Wanderer zusammen den er sogleich als denselben erkannte der vor einigen Wochen unter dem Apfelbaum gelegen hatte und eben rief der Kuckuck von dort her Da schwenkte der Wanderer seinen Hut Der Kuckuck rief als Antwort seinen Namen und lachte hinterher Ja damals hatte er sich doch recht brav benommen und konnte sich schon darauf etwas zugute tun Aber dass auch Kaspar und die gute Schnecke geholfen hatten wusste der Wanderer nicht und Kaspar Knirps verlangte das auch nicht Er freute sich im Stillen auf dem Rock Kragen des Wanderers sitzend und diesem fiel nun etwas anderes vom Kuckuck ein Im Vorwärts schreiten sang er Der Kuckuck hat ein Ei gelegt Heidi heidel dumm Jetzt fliegt er im Wald gar lustig herum und ärgert alle Vögelein mit seinem lauten Kuckuck schreien Kuckuck Kuckuck Da kniff Kaspar Knirps dem Singenden zum Abschied etwas ins Ohr und purr war er fort Der Wanderer griff an sein Ohr und Knirps Der aber erreichte nun bald den leuchtenden Rosengarten Nein Dieser Duft und diese Pracht hier war unvergleichlich Hunderte von Rosen blühten Und Kaspar war so überrascht darüber dass er nur an der Mauer entlang flog und sich gar nicht den prächtigen Rosen zu nahen wagte Aber einige Schmetterlinge flatterten von einer zur anderen und taten recht schön mit ihnen Sie hatten sich schon etwas erholt von dem furchtbaren Schreck durch den Überfall sahen aber doch recht angegriffen aus Kaspar aber konnte nicht begreifen weshalb sie diesen schönen Garten damals verlassen hatten und bis zu dem wilden Apfelbaum zum Ball gekommen waren Denn schöner meinte er könnte es wohl nirgends sein als hier Auch an der Mauer blühten viele kleine Rosen und in einer davon sah Kaspar Knirps ein ganz wunderhübsches Marienkäferchen sitzen Das weinte bitterlich aber es sah sehr niedlich aus wie es die Tränen mit den kleinen Fühlerchen abwischte und Kaspar Knirps fragte es freundlich was ihm fehler Es war gleich zutraulich und erzählte ihm dass es auf der Reise wäre seine lieben Eltern zu suchen hätte aber nun durch die Kinder gehört das Pommerland wo sich die Mutter befunden habe abgebrannt wäre Den Vater im Kriege könne es auch nicht aufsuchen und so sei es recht verlassen in der Welt Kaspar aber sprach Oh du herziges Marienkäferchen du sollst nicht mehr traurig sein ziehe doch mit mir als meine liebe Frau in mein schmuckes Häuschen unter dem schönen Apfelbaum wo wir beide recht glücklich leben können Das Marienkäferchen wischte eine letzte Träne aus den Äuglein und sagte leise Ja gern will ich deine Frau werden und mit dir in dein Häuschen ziehen nur ein paar Tage möchte ich noch hier bleiben mein rotes Hochzeitskleidchen mit den sieben schwarzen Pünktchen wieder recht glänzend machen da es auf der langen Reise etwas staubig geworden ist Damit war der glückliche Kaspar einverstanden und sagte ihm dass er am Dann nahm er zärtlichen Abschied und flog fröhlich summend nach Hause Die ganze Nacht konnte Kaspar Knirps wenig schlafen vor Freude über sein liebes Marienkäferchen Am frühen Morgen flog er in die Heide zu den fleißigen Ameisen und bat sie ihm eine schöne Gelande zu winden sein Haus zur Hochzeit damit zu schmücken Diese waren gern bereit Mit ihren scharfen Zangen schnitten sie kleine Zweige von der feinen Erika ab und flochten davon eine zierliche Gelander Kaspar Knirps aber flog indessen zu einer mächtigen Eiche wo ein großer Herr der Hirschkäfer wohnte und bat diesen recht höflich an seiner Hochzeit teilzunehmen und der versprach etwas brummend sein Erscheinen Kaspar empfahl sich eilte zu seinem Freunde dem Zimmermann und lud ihn zur Hochzeit Diese war darüber so erfreut dass er einen ordentlichen Sprung machte Ja er wollte mit der ganzen Familie kommen Dann machten beide sich auf alle übrigen Käfer an und unter dem Apfelbaum zur Hochzeit zu bitten Und alle auch die Goldkäfer Familie waren bereit mit zu feiern Gegen Abend kamen wohl 100 Ameisen mit der fertigen Gelander und Kaspar half sehr erfreut sein ganzes Häuschen damit zu schmücken Oben darauf steckte er als Fahne die Admiralsflügel die er aufgehoben hatte Alle bewunderten als dann das gelungene Werk Nun war der Sonntag gekommen Die Hochzeitsgesellschaft ordnete sich das Marienkäferchen zu holen voran 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 Hirschkäfer dann Kaspar Knirps mit dem Zimmermann dann ein ganzer Zug grauer grüner und bunter Käferchen Alles ging glücklich von statten bei dem herrlichen Wetter und bald war der duftende Garten erreicht Ein vornehmer Rosenkäfer führte dem glücklichen Kaspar die liebe Braut zu Darauf wurde ein süßer Trunk aus den feinen Röschen getan wobei der Hirschkäfer allein sechs Kelche zerbrach Dann ging es heimwärts Wieder führte der Hirschkäfer diesmal einen kräftigen Bass anstimmend die Festschar Von den Brautkäfern und der Familie Zimmermann umgeben folgte das junge Paar dem die übrige Gesellschaft sich bunt durcheinander anschloss alle vergnügt summend Im Apfelbaum war große Tafel für alle Man aß und trank so viel man konnte und jeder bekam sein Lieblings Gericht Kasper und Marienkäfer saßen in einer Blüte und wurden von den niedlichsten Käfern bedient Auch die fleißigen Ameisen mussten tüchtig auf und ablaufen alle Gäste zu versorgen Der Hirschkäfer allein aß und trank für drei und war nachher so taumelig dass er heftig gegen einen Ast flog und sein linkes Horn abbrach Da verließ er brummend das Fest und flog weiter zu seiner Eiche Die anderen ließen sich dadurch nicht stören und tanzten und schwirrten wie toll um den Apfelbaum Der Kuckuck ließ sich nicht sehen und hören was allen heute recht lieb war Nur ein Pirol flog vorüber und rief der heiteren Gesellschaft zu Bier holen Bier holen austrinken mehr holen Doch alle waren schon ohne dies ausnehmend lustig Als das Fest zu Ende war führte Kaspar Knirps Marienkäferchen in sein geschmücktes Haus und beide lebten herrlich und in Freuden ausnehmend